Das ist ein geschichtsträchtiger Tag heute. Zwei wirklich geschichtsträchtige Dinge passieren an diesem Mittwochnachmittag, an dem wir gerade aufnehmen. Also zum einen, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird vereidigt. Und eine neue Folge Downset Talk. Parallel, parallel, das, was zu bedeuten wird. Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn, ja. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, Folge 149 vom offiziellen NFL-Podcast von The Zonance Box mit mir, Christoph Kröger, und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist immer gut, wenn man sich vorher was überlegt für so ein Intro. Dann nochmal so richtig alles raushauen. Ja, nee, ich hätte mir was überlegen müssen, aber ... Es ist auch eine ungewohnte Zeit. Ja, es ist wirklich eine ungewohnte Zeit. Wir nehmen tatsächlich mal nachmittags auf. Ich habe gerade eben noch einen unfassbar großen Packschrank auseinandergebaut. The funny things of life, kann ich euch sagen. Habe ich einmal gemacht. Also einmal einen umgezogen. Das ist traumatisiert. Ja. Nee, wir lassen schon so viel in München oder verkaufen so viel und nehmen so wenig eigentlich mit. Aber den Schrank, den brauchen wir dann schon. Und den auseinanderzubauen, oi, oi, oi. Auf jeden Fall sind es nur noch drei Spiele diese Saison. Diese NFL-Saison. Zwei Conference Championship Games und der Super Bowl. Und beim Vorbereiten habe ich so gemerkt, ja, es sind zwar die wichtigsten Spiele der Saison und man freut sich auch drauf und es ist spannend. Aber für uns ist es ja eigentlich so die entspannteste Phase des ganzen NFL-Jahres, oder? Ja, irgendwo schon. Also gut, der Sommer natürlich, aber der fällt ja so ein bisschen dann weg, was das NFL-Jahre angeht. Aber ja, an sich schon. Es sind halt recht, es sind natürlich wenige Spiele, klar. Jetzt bisher diese Woche, bei mir zumindest, war es trotzdem recht voll, weil ich natürlich jetzt auch am letzten Wochenende in München war, bin ich montags zurückgekommen. Jetzt kommenden Sonntag das AFC Championship Game kommt hier. Sprich, da läuft jetzt natürlich auch schon die Vorbereitung. Wir hatten jetzt heute Call für eben den ganzen Vorlauf und was da mit rein soll und so weiter. Sprich, das muss ja dann auch vorbereitet werden, Analyse-Szenen und so weiter und so fort. Aber vom Gesamtumfang her ist es auf jeden Fall weniger. Aber auch da, ich hab's ja letzte Woche schon gesagt, oder vorletzte Woche, weiß gar nicht mehr, dass es an den Playoffs halt auch so cool ist, weil du dich auf die Spiele wirklich fokussieren kannst und du die Teams schon viel besser greifen kannst. Du weißt halt ungefähr, klar, jeder kann dich immer mal überraschen, aber du weißt halt ungefähr, worauf's ankommt und auf was du achten musst. Das, was alle wissen wollen, bist du denn auch im Superbowl bei The Zone dabei? Oder steht das noch nicht fest? Da steht schon einiges fest, aber ich kann's noch nicht sagen. Da druckst du rum. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt sogar am Wochenende irgendwas Offizielles geben und dann findet ihr es sicher auf meinen Social-Media-Plattformen. Ja, gut, okay, jetzt hast du dich schon verraten, wird's auf deinen Social-Media-Plattformen. Naja, du, wir tun mal so, als wüssten wir von nichts. Es wird wahrscheinlich ein bisschen eine andere Konstellation geben. Ein bisschen ein Experiment, aber mehr sag ich noch nicht. Okay, spannend, spannend. Also, folgt Adrian bei Twitter oder bei Instagram natürlich auch, Downset Talk bei Twitter und Instagram. Wir haben ja gesehen, es sind jetzt in den Playoffs, jedes Jahr in den Playoffs, immer wieder auch neue Hörer mit dabei, die vielleicht jetzt gerade so die Faszination Football aufnehmen und für sich entdecken sozusagen. Herzlich willkommen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann in der Off-Season dranbleibt. Ihr könnt euch natürlich dann auch mit eindringen, mit Ideen. Was wir dann machen in der Off-Season ist ja dann deutlich flexibler als in der Saison. Kritik könnt ihr äußern. Es sind auch viele neue bei Patreon mit dabei. Viele neue Supporter habe ich gesehen. Einige neue am Start. Christoph, Ian, Buber, Sabine ist mit dabei. Also, kommt da gerne mit dazu. www.downsettalk.de slash support. Da findet ihr alles Weitere. So, wir haben heute nur zwei Spiele, die beiden Conference Championship Games, auf die wir schauen werden. Natürlich sehr ausführlich. So viele Details wie möglich werden wir da beleuchten. Trotzdem könnte es tatsächlich heute mal eine kürzere Folge werden. Die wöchentliche Kröger Hoffnung. Aber dazu muss man sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viele News. Beziehungsweise wichtige News, bei denen es auch einiges zu besprechen gibt. Die wichtigste News mal vorab, die kam nämlich gerade eben erst, relativ kurz vor der Aufnahme. Und zwar hat einer der, ich glaube, man kann es so sagen, besten Quarterbacks der NFL-Geschichte seine Karriere nach 17 Jahren beendet. Philipp Rivers, hört auf. Ja, auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Das stimmt, ja. Also, ich habe vorhin auf Twitter schon einen kleinen Clip mal gepostet. Also, da findet ihr natürlich massig. Jetzt wird es jetzt auch viel rumgehen, die Tage. Philipp Rivers Trash-Talking. Und wie er sich da mit irgendwelchen Leuten auf dem Feld anlegt. Natürlich immer ohne zu fluchen. Absolut. Das war ja immer, Philipp Rivers hat ja nie geflucht. Sehr gläubiger Mensch. Ja, herrlichen Wortkreationen dabei rum. Aber keine Schimpfwörter in den Mund genommen. Und auch die Art und Weise, wie er gespielt hat. Also, klar, wir haben dann vor allem die letzten Jahre, seit wir den Podcast machen, war es auch oft, Philipp Rivers wirft irgendwie die entscheidende Interception in irgendeiner Art Zusammensetzung. Aber das war ja über Jahre hinweg, also, er hat jetzt nach 17 Jahren seine Karriere beendet, war er ja wirklich einer der Quarterbacks, die konstant mit zur Liga spitzigart haben. Wahrscheinlich nie ganz oben, aber halt immer so in diesem 5-12-Dunstkreis irgendwie. Natürlich ungekrönt, kein Titel hat, es tritt jetzt auch ab als der Quarterback mit den meisten Spielen, meisten Passing Yards, meisten Passing Touchdowns, ohne jemals einen Superbowl gewonnen zu haben. Hat ja auch nie einen gespielt. War ja nie weiter als Championship Game. Ja, das ist so ein bisschen irgendwie traurig, oder? Wenn man das noch mal so sieht, also so lange mit dabei. Und du hast es gerade schon gesagt, die meisten Yards, die meisten Touchdowns und Spiele und so weiter. Es sind halt nur vier andere vor ihm in der Geschichte der NFL in diesen Kategorien. Also, Fünfter in All-Time Passing Yards, Fünfter in All-Time Passing Touchdowns. Und da sind ja wirklich nur die ganz Großen vor ihm mit Favre, mit Brady, mit Breeze. Und wer ist der Vierte, den ich gerade vergesse? Manning wahrscheinlich. Manning, genau, natürlich. Peyton Manning. Und er halt an fünf, und er hat halt nie auch mal die Chance gehabt, den Superbowl zu gewinnen. Und dann ist es halt schon im Nachhinein so ein bisschen traurig, dass dann da in San Diego, beziehungsweise Los Angeles dann ja jetzt am Ende, ja, dieses Talent dann irgendwie so ein bisschen verschenkt wurde auch, ne? Ja, und es war auch über so einen langen Zeitraum irgendwo. Ich meine, das Nächste, also so nah, wie er einem Superbowl gekommen ist, war 2007 das AFC Championship Game. Das ist halt doch auch schon ein paar Tage her. War das das, wo er quasi ohne Kreuzband gespielt hat? Oder war das ... Ich weiß nicht, ob das die Saison war. Es gab auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall, es gab die Playoff-Saison einmal, wo er sich das Kreuzband gerissen hat und dann die Woche drauf gespielt hat. Ich weiß aber nicht sicher, ob es das war. Und es war, das habe ich gelesen, am 20. Januar. Und deswegen hat er sich auch dieses Datum. Plus es ist dann irgendwie noch in seiner Religion, oh Gott, ganz dünnes Eis bei mir. Ich bin da sehr unbewandert. Es ist eben noch ein besonderer Tag. Irgendwas wird da gefeiert am 20. Januar. Plus halt eben dieses Spiel, was er ohne Kreuzband, wie er selber sagt, bestritten hat. Deswegen auch der 20. Januar für ihn ein ganz besonderes Datum. Ja, also was ja ein absoluter Wahnsinn ist. Ich habe es gerade kurz nachgeschaut. Es war das Championship Game tatsächlich gegen die Patriots. Was hat er gespielt da. Und ja, aber auch sonst, das war ja nicht was Einmaliges. Philip Rivers hat ja quasi nie ein Spiel verpasst. Der hat 240 Regular-Season-Starts in Folge. Auch das ist eine absolute Rarität. Da ist nur Brett Favre noch vor ihm, der diese völlig kranke 297-Spiele in Folge, Regular-Season-Spiele in Folge hat. Also ja, einfach über Jahre einer der unterhaltsamsten Quarterbacks. Und ja auch jetzt, also letztendlich, wir haben viel über Rivers hier auch gesprochen und diskutiert in der Off-Season, in der Regular-Season auch. Weil ich ihn ein bisschen positiver noch gesehen habe als du. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir uns dann relativ angenähert und waren dann so im Richtung Saisonende, so waren wir so ungefähr auf einer Wellenlänge. Weil er sich einer konstanten Form angenähert hat, würde ich mal behaupten, die sich dann irgendwo zwischen uns eingependelt hat. Aber das Problem war halt immer die letzten Jahre ja, dass er wirklich unfassbar geschwankt ist in seinen Leistungen. Wirklich absolute Topspiele dabei hatte. Und dann so grausame Spiele. Ich war das einmal gegen die Jaguars, wo er vier brutale Interceptions geworfen hat, dann noch bei den Chargers. Also da gab's wirklich so ein paar, ein paar wirkliche Head-Scratcher-Games, die er abgeliefert hat. Und ja, am Ende fand ich ihn wieder relativ konstant, halt so auf so einem soliden Niveau. Genau. Deswegen dachte ich auch ein bisschen, dass er noch weitermacht für ein Jahr. Ich mein, er war relativ emotional nach dem Aussitz gegen die Bills auf der Pressekonferenz und so. Da konnte man's vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber es hätte ja auch sein können, dass er da halt einfach ertäuscht ist von der Saison und nicht genau weiß, wie's weitergeht. Aber er hat jetzt in dem Interview, wo er das verkündet hat, was ich übrigens auch sehr, was sehr viel Charme hat, finde ich, dass er es, er hat's ja nicht irgendwie bei ESPN oder so was gemacht, sondern in der San Diego Tribune zu seinem, in Anführungszeichen, seinem alten Beat Writer, der ihn jahrelang bei den Chargers auch begleitet hat. Das hat irgendwo auch Charme, so kurz aus der Medienperspektive gesprochen. Hat er ja auch gesagt, hier war die letzten Jahre immer wieder mal Thema, Karriere beenden mit der Familie und so. Aber er hat halt immer, letztlich haben sie drüber geredet, aber das Gefühl war eigentlich immer, nee, ist noch nicht so weit. Und jetzt dieses Jahr war's wohl wirklich so, dass er gesagt hat, hier, das ist der Punkt für mich. Wir wissen ja auch schon, was er machen wird. Er wird Highschool-Football coachen, was ich mir unheimlich spaßig vorstelle, unter Philip Rivers Highschool-Football zu spielen, bei sich zu Hause oder in der Nähe in Alabama. Und er ist halt, glaube ich, dann auch irgendwo jemand, der sagt, ich bin bereit, den Schlussstrich zu ziehen, obwohl er, wenn wir jetzt auf diese älteren Quarterbacks schauen, sicher noch mehr im Tank hat als ein Drew Brees oder ein Ben Roethlisberger. Aber auch nicht wahnsinnig viel mehr, ne? Also, es ist ja jetzt nicht, dass du ... Nee, aber ein gutes Jahr hätte ich ihm noch gegeben. Ich glaube, ein Jahr hätte er auf jeden Fall noch drin gehabt, wo ich sage, Brees ist fertig. Ja, aber ganz ehrlich, das hätten wir aber bei anderen auch vielleicht noch mal gesagt. Und dann kam aber dieses Jahr, wo sie dann abgebaut haben. Und ich finde es halt gerade gut, dass er jetzt für sich sagt, okay, vielleicht wäre es noch ein Jahr gegangen, aber ich höre lieber so auf mit einer Playoff-Teilnahme, mit einem soliden Jahr, dass wir dann ... Ich ziehe jetzt mal einen Schlussstrich, bevor es richtig den Bach runtergeht, dass ich dann am Ende noch gebencht werde. Weißt du, das ist dann irgendwie so ein bisschen schade drum. Er hat ja auch gesagt, klar, er kann den Ball noch werfen, er liebt das Spiel noch und so weiter, aber das könnte er halt jedes Jahr über sich selbst sagen. Und halt jetzt die Erkenntnis zu haben, okay, vielleicht kommt irgendwann der Cut, bevor es jetzt so richtig bergab geht, jetzt mache ich meinen Schlussstrich. Das haben halt auch fairerweise, muss man sagen, nicht allzu viele. Also viele versuchen ja dann doch noch, dieses letzte Jahr rauszuquetschen. Natürlich. Du, Drew Brees kann den Ball auch noch werfen und hat auch noch Spaß daran. Über den ersten Punkt kann man nicht diskutieren. Ist halt die Frage, wie du das definierst, den Ball werfen können. Ja. Ja, also, Philip Rivers hat seine Karriere beendet. Das heißt natürlich auch, dass die Colts jetzt auf Quarterback-Suche sind fürs kommende Jahr oder für die Zukunft generell. Bin ich mal gespannt, wie sie es angehen. Ist ja ein Team, was schon relativ weit ist. Genau, hast du ein Gefühl da? Ich meine, wir haben Carson Wentz ja viel da diskutiert. Ja, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen ... Ich könnte mir auch vorstellen, was zum Beispiel die Lions und die Falcons vorhaben, wenn die sagen, okay, Matt Ryan, Matthew Stafford, mit denen wollen wir nicht langfristig weitermachen. Ich glaube, die Colts werden halt ein Kandidat für so jemanden. Stafford könnte ich mir ... Stafford wäre natürlich ... Würde richtig, richtig gut passen, glaube ich. Und bei den Lions ist so mein Eindruck auch mehr, dass sie bereit wären für diesen Neustart. Ich hab das Gefühl, die Falcons, wir kommen ja gleich auf die ganzen Head-Coaching-Hires, bei den Falcons ist eher noch mal der Blick Richtung schneller Turnaround. Bei den Lions, da war ja auch jetzt am Dienstag, war ja die PK mit dem neuen GM, klang schon mehr so in die Richtung, wir evaluieren wirklich alles. Und durchaus denkbar, dass da auch dann Matt Stafford davon betroffen ist. Stichwort Head-Coaches. Da gab es einige News, einige Personalien, die jetzt fix sind. Wir gehen das mal der Reihe nach durch. Fangen wir mal ... Ich glaube, wir haben es hier in chronologischer Reihenfolge sogar, oder? Fangen wir mal mit den New York Jets an auf jeden Fall. Die haben sich den ehemaligen 49ers-Defensive-Coordinator Robert Sulla als Head-Coach geholt. Ja, ich hatte Anfang der Woche in meiner Spox-Kolumne am Montag generell über diese Head-Coach-Thematik geschrieben, wer da noch mal ein bisschen detaillierter nachlesen will. Weil das ist wirklich auch ein größeres Thema und ein Themenkomplex, den man, glaube ich, sehr gut auch diskutieren kann. Und natürlich auch einer, wo es keine Blaupause gibt. Also man kann nicht sagen, das ist der Weg, so musst du es machen. Vor allem natürlich so die Frage, auf was achten denn Teams und was verraten sie uns sozusagen mit dem, worauf sie priorisieren? Was sagen sie uns damit? Ich muss immer dazu sagen, bei all diesen Head-Coaches, wenn wir über die jetzt gleich reden, wir können nicht hinter die Kulissen blicken. Wir können nur das besprechen, was irgendwie kommuniziert wird, was man von außen erkennen kann. Aber man kann ja schon unterscheiden, wofür ein Coach steht, was seine Kernkompetenz sein soll, all diese Sachen. Und ich hatte schon den Eindruck, bei Robert Sala und den Jets waren so diese Buzzwörter mit am präsentesten hier. Leader, Culture, das Team wieder, den Locker-Room wieder in eine andere Richtung lenken, all diese Sachen. Und ich glaube absolut, dass das wichtig ist. Also ich will mich da nicht irgendwie drüber lustig machen oder so was. Ich glaube, dass das wichtig ist. Aber in meinen Augen kommt das alles, Team-Culture und wie auch immer man das dann zusammenfassen will, sind ja sehr abstrakte Geschichten auch, aber kommt für mich nur über Erfolge. Weil Punkt eins, wenn du über zwei Jahre keinen sportlichen Erfolg hast, dann bist du als Head-Coach wahrscheinlich weg oder kurz davor weg zu sein. Und natürlich auch ein Coach, der zu viel verliert, wird es wahrscheinlich schwer haben, seine Philosophien und seine Idee irgendwie von Teamkultur, von Leadership zu einem Team auch einzuimpfen. Weil, warum sollten die Spieler dann irgendwie darauf hören? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, aus so einer Position heraus das zu schaffen. Und klar, jetzt Robert Sala konkret hat sich bei den Niners als ein wirklich guter Defensive Coordinator erwiesen über die letzten zwei Jahre. Und ich glaube, die Defense wird auch gut sein bei den Jets. Aber das große Thema in New York war und ist ja nun mal die Offens. Und vor allem jetzt dann ganz konkret erst mal die Quarterback-Frage. Also, ob sie Sam Darnold genug sehen, um mit ihm weiterzumachen, ob sie an Nummer zwei einen draften, ob sie Darnold traden, ob sie den Nummer zwei Pick traden, all diese Geschichten. Und so oder so wird sich der Weg der Jets jetzt einfach maßgeblich dadurch entscheiden, wer welchen Quarterback wie entwickeln kann und welche Offens sie um den herum aufbauen. Und mit all diesen Fragen wird halt Robert Sala nicht so wahnsinnig viel zu tun haben im Endeffekt. Also, natürlich wird er mit den Entscheidungen viel zu tun haben, aber er wird halt nicht die Offense und nicht den Quarterback entwickeln und nicht das alles aufbauen. Das nicht, das glaube ich auch. Allerdings gilt er als jemand, der ein sehr hohes Football-Verständnis im Allgemeinen hat. Und ich glaube schon, dass er ... Wir kommen ja gleich noch zu einer anderen defensiven Head-Coaching-Verpflichtung. Ich glaube schon, dass er ... Schon, dass er da eine Idee hat, eine Philosophie verfolgt. Ich meine, er kommt aus einem Coaching-Staff von Kyle Shanahan. Der, klar, der hatte seine Defense als Fokus, aber du nimmst natürlich sehr viel noch mit auf. Und ich meine, du trainierst ja quasi dann gegen eine Shanahan-Offense. Also, du lernst, glaube ich, schon extrem viel. Und auch das alles, was noch drumherum dazugehört, wenn du in so einer Position, in so einer Defensive-Coordinator-Position bist, bist du einfach viel, auch mit den anderen Coaches, glaube ich, oder vor allem dann halt mit dem Head-Coach, zusammen und ganz enorm viel mitnehmen. Natürlich hängt es dann davon ab, wie besetzt du den Offensive-Coordinator-Posten? Wer ist da? Wie called er die Plays? Was hat der für eine Philosophie? Aber ich glaube schon, dass Robert Saller einer ist, der eine klare Idee davon hat, wie es aussehen soll. Das glaube ich auch. Ich meine, die Frage, wir wissen ja schon, dass Michael LeFleur mitkommt. Ah ja, stimmt. Personal-Game-Coordinator der Niners. Also, das wird schon auch die Offensein, oder in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und ich will auch gar nicht damit sagen, ich glaube, das ist eine schlechte Verpflichtung oder so was. Bei mir gehen nur, je mehr ich mit diesem Coaching, Head-Coaching, diese Kreislauf-Mitmache sozusagen, und das Jahr für Jahr miterlebt. Bei mir gehen immer tendenziell eher die Alarmglocken an, wenn halt einige der Kern- oder der Oberbegriffe, die bei dem neuen Coach mitschwingen, sind, er soll eine neue Culture oder eine neue Identität dem Team geben oder was auch immer. Weil eben, ich denke, das kommt nur über Siege. Das kann ich total nachvollziehen. Wir kommen auch gleich noch zu einer Verpflichtung, wo ich da voll mitgehen würde, weil halt ansonsten nicht viel anderes gesagt wird. Aber bei Robert Sala wird schon noch viel anderer Kram gesagt. Eben das Football-Verständnis, der Bezug auf das Taktische. Natürlich alles aus defensiver Sicht. Aber ich kann es total verstehen. Aber bei Robert Sala mache ich mir da weniger Gedanken. Und vor allem, glaube ich, ist da jetzt bei ihm so der Fokus drauf, weil er ihm jemanden wie Adam Gaze nachfolgt. Und Adam Gaze das komplette Gegenteil einfach ist. Ja, auch das ist ja wunderbar. Da sieht man auch jeden Januar wieder die Franchise, die sich um 180 Grad dreht. Und die Jets in dem Fall offensiver Head Coach, der eher weniger als der charismatische Leader rüberkam. Und jetzt holst du halt den Defensiven, der halt so ein absoluter emotionaler Leader-Typ ist. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das eine gute Verpflichtung sein kann. Ich sage nur, dass alles, was bei den Jets über die nächsten zwei Jahre passiert, eben maßgeblich davon abhängen wird, wie sie sich auf Quarterback entscheiden und was sie dann mit dem Quarterback machen, für den sie sich entscheiden. Und ich glaube, unterm Strich wird halt Robert Sala dann damit, mit der Entscheidung natürlich, das wird seine Entscheidung im Endeffekt auch sein, hoffe ich, oder seine und die vom GM zusammen. Aber halt dann, was dann über die zwei Jahre passiert, damit er halt in dem Aspekt einen relativ kleinen Impact hat. Aber wenn ich das richtig verstehe, sagst du ja quasi, eigentlich dürfte es keine defensiv geprägten Head-Coaching-Verpflichtungen mehr geben in der NFL. Nee, nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Es ist für mich halt nur gerade bei den Jets so eine Situation, wo ich sage, die Defense war auch letztes Jahr nicht das Problem. Also, die Defense war jetzt nicht toll oder so was, aber die Defense war halt irgendwo so im unteren Mittelfeld. Und gerade die Jets sind halt, was eben die Quarterback-Position angeht, an so einem krassen Scheideweg. Also, die sind ja wirklich so jetzt dieses, wir haben den Nummer-2-Pick in einer gut besetzten Draftklasse, wir haben Sam Donald, wie schätzen wir Donald ein, wenn er mal weg von Gaze ist, wie schätzen wir diese Picks, diese Quarterbacks im Draft ein? Nein, dass ich einfach glaube, das Risiko ist deutlich höher, weil natürlich noch ein anderes Layer dann mit dazukommt. Sagen wir jetzt einfach mal, sie behalten Darnold. Weil das ist ja auch was, was durchaus mittlerweile wieder berichtet wird. Sagen wir einfach mal, das ist der Weg. Und die Offense funktioniert richtig gut im ersten Jahr. Und von mir aus auch im zweiten Jahr. Dann kannst du dir sicher sein, dass Michael LeFleur der nächste heiße Head-Coaching-Kandidat ist. Und dann ist es halt viel schwerer, offensiv diese Kontinuität aufrechtzuerhalten. Als wenn du eben, als wenn der Head-Coach sozusagen, als wenn das die Kompetenz des Head-Coaches wäre. Absolut, aber. Also ich glaube, als defensiv geprägter Head-Coach musst du in den ganzen, ich sag jetzt mal, Leadership-Soft-Skill-Aspekten einiges von dem Wettmachen, was potenziell durch Inkonstanz in der Offense entsteht, weil du Offensive-Coordinators verlieren kannst. Und ich glaube, das kann Robert Sala, weil ich auch glaube, das ist ein sehr guter Leader und das alles ist. Es ist halt nur schwieriger. Ja, also ich hätte jetzt Sean McDermott als Gegenteil ... Ist nicht ganz das gegenteilige Beispiel, aber es ist auch ein defensiv geprägter Coach, der vorher Defensive-Coordinator war. Der mit einem jungen Head-Coach dann quasi seine Amtszeit ... Ich glaube, er war ein Jahr früher als Josh Allen da. Oder haben die zusammen angefangen? Ich glaube, ein Jahr früher. Und dann halt auch einen jungen Quarterback dazubekommen hat und es trotzdem ja sehr positiv entwickeln konnte. Und sie hätte auch wegen ihrer Offense gewinnen. Natürlich, wenn Brian Dable jetzt weggeht, bin ich mal gespannt. Ganz genau, das ist halt der Punkt. Aber ... Das ist halt das Ding, ja. Wir haben ja drüber geredet bei den Bills, dass halt die Defense dieses Jahr doch größere Probleme hatte als gedacht. Und die letzten Jahre war die Defense das, was richtig stark war. Dieses Jahr dann nicht mehr so. Und es hat funktioniert, weil die Offense halt super gespielt hat. Aber was passiert, wenn du deinen Offensive-Coordinator verlierst? Was passiert dann, wenn dein Quarterback vielleicht ein bisschen schlechter spielt? Also so, das ist halt genau ... Ich meine, die Bills hatten jetzt so gesehen Glück. Dable wird ja höchstwahrscheinlich bleiben. Alles, was wir bisher hören, wird ja nicht nach Houston oder Philly gehen. Ja, selber schuld. Also, aus Sicht der Teams, in meinen Augen. Richtig. Ja, richtig. Ähm, aber ... Also, es ist halt eben genau dieses Risiko, was du eingehst. Wie du es jetzt gerade gesagt hast. Die Offense dieses Jahr hat sie halt getragen. Und wenn du den Offensive-Coordinator verlierst, wer weiß. Also, GM Franke würde auf jeden Fall keinen defensiv geprägten Coach einstellen. Das möchte ich hier an dieser Stelle bilanzieren. Also, ich würde den Vorteil, wenn ich zwei Kandidaten halbwegs gleich aufhätte, würde ich den Vorteil dem Offensive-Coach geben, ja. Er kommt, glaube ich, nicht besonders überraschend. Ähm, die Jaguars haben auch einen neuen Head-Coach. Da haben wir schon drüber spekuliert. Das war ja eine Sache, die, ja, eigentlich direkt nach der Saison schon gemunkelt wurde. Die Jaguars holen sich nämlich eine ganz spannende Personalie. Und sie holen eine spannende Personalie in die NFL, die noch nie in der NFL gearbeitet hat. Nämlich den Ex-Ohio-State-Head-Coach Urban Meyer. Ja, das ist absolut die größte Wildcard unter den Head-Coach-Verpflichtungen für mich. Wir haben ja hier und da mal lose über ihn gesprochen. Wer ihn jetzt gar nicht kennt, super erfolgreicher College-Head-Coach gewesen bei Utah. Dann Florida 2005 bis 2010 und 2012 bis 2018 eben Ohio State. Unheimlich viel Spiele gewonnen, Titel gewonnen, offensiver Innovator gewesen. Gerade früh in seiner Karriere auch bei Utah, aber hat sich eigentlich auch durch seine Karriere gezogen. Aber eben auch immer wieder umstritten gewesen. Also wer jetzt schon hier hört, also wer aufgepasst hat, gerade bei den Zahlen 2005 bis 2010 Florida, 2012 bis 2018 Ohio State. Seitdem ohne, also hat er nicht als Coach gearbeitet. Da waren immer wieder Lücken mit drin. Und das war kein Zufall. Also zum einen mal diese Florida-Teams unter ihm, die hatten einfach eine ganze Reihe an schwierigen Charakteren, die dann auch zum Teil sehr wild unterwegs waren. Und wo es halt auch, man muss es immer ein bisschen vorsichtig sagen, aber wo es auch dann Berichte gab, dass Urban Meyer die halt an der sehr langen Leine gelassen hat. Bei Florida jetzt konkret unter Urban Meyers Zeit oder während Urban Meyers Zeit, da gab es 31 Spielerfestnahmen mit verschiedensten Vorwürfen von kleinen Delikten bis halt wirklich Waffenbesitzer und was weiß ich was alles. Und dann ganz am Ende eben, September 2010, wurde sein Receiver-Coach festgenommen, weil der seine Ex-Freundin bedroht hat und das war so das letzte Ding obendrauf. Und Meyer selbst eben, das ist dann der andere Punkt, hatte, immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. War dann auch schon während seiner Zeit da einige Male raus, hat dann 2010 seinen Rücktritt verkündet. Man muss dazu sagen, die gesundheitlichen Probleme waren nicht einfach nur gesundheitliche Probleme, sondern stressbedingte, druckbedingte gesundheitliche Probleme, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise bemerkbar gemacht haben. Aber es waren jetzt nicht einfach, okay, ich werde älter, ich kriege hier irgendwelche Wehwehchen. Nee, nee, die waren, die hingen halt direkt mit seinem Job auch zusammen. Genau, es waren halt wirklich Burnout, Stress, solche Sachen. Dann war er eben eine Zeit lang raus und da gab es dann auch viele Berichte in diesen zwei Jahren, wo er dann raus war, was da für eine toxische Kultur wohl aufgebaut wurde, ob man das jetzt, inwieweit das seine Schuld war. Aber natürlich als Headcoach hast du mal zumindest eine ordentliche Mitverantwortung, wenn wir schon von der Team-Culture reden. Dann eben zwei Jahre später Comeback, Ohio State, wo er ultimativ auch aus gesundheitlichen Gründen dann zurückgetreten ist, 2018. Und zwar, das war dann so der Beigeschmack, vier Monate nachdem die Schule ihn vorübergehend beurlaubt hatte, weil erneut Vorwürfe da im Raum standen dieses Mal, dass er eben über Probleme häuslicher Gewalt bei einem Assistenzcoach von ihm Bescheid wusste, bevor das ans Tageslicht kam. Und er soll das gewähren haben lassen, ob das stimmt. Ja, es gab eine Untersuchung und er wurde dann auch suspendiert für drei Spiele, ist dann nach der Saison eben zurückgetreten. Also einmal eben all das, was da hinter den Kulissen so abging, das begleitet ihn natürlich. Aber ganz konkret, was du gerade gesagt hast, muss man sich ja fragen, inwieweit er dem Stress als NFL-Headcoach gewachsen ist mit dieser medizinischen Vorgeschichte, ob er jetzt wieder irgendwie da Gefahr läuft, Burnout, stressbedingt Probleme zu bekommen. Und das war ja auch direkt Thema jetzt nach der Jaguars-Verpflichtung. Und da hat er ja auch gesagt jetzt hier, er muss mehr aufpassen, er muss es auf dem Trainingsplatz ein bisschen ruhiger angehen lassen und so weiter. Also alle Sachen, die man jetzt im Hinterkopf halten muss. Das ist, das kann ich auch zu einem gewissen Teil aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist eine Sache, die du schon selber ein bisschen regulieren kannst, wenn du wirklich auf dich achtest und weißt. Also wenn du schon darüber Bescheid weißt und weißt, wie du die Dinge anders angehen kannst, um eben solche Stresssymptome zu verhindern, kannst du da viel auch selber machen. Aber trotzdem ist halt einfach die Gefahr, beziehungsweise die Jaguars wissen nicht, A, wie lange können sie Urban Meyer behalten? Und B, was bekommen sie überhaupt? Der Mann hat noch nie in der NFL gearbeitet. Das ist, viele sind daran gescheitert, viele große College-Headcoaches sind in der NFL gescheitert. und du weißt nicht, was du von ihm als Coach bekommst, wie lange du ihn bekommst, was er in deinem Lockerroom macht. Also das ist spannend auf jeden Fall, weil er natürlich, also wenn man den sportlichen Erfolg als Grundlage nimmt, dann über alle Zweifel erhaben. Also es gibt kaum einen erfolgreicheren Headcoach im College-Football als Urban Meyer. Aber trotzdem, da schwingen halt viele andere Faktoren mit. Und eben natürlich, ja, sorry. Nee, ich wollte nur noch hinzufügen, dass die Jaguars halt ein großes Risiko eingehen. Aber das natürlich, ich sag mal für uns, als die Leute, die eine gewisse Berichterstattung machen, durchaus unterhaltsam werden kann. Ja, und eben, was dann auch damit einhergeht, mit der Frage, was kriegen die Jaguars eigentlich? Es ist schon bekannt, dass er nicht der offensive Playcaller sein wird. Darauf wäre ich natürlich dann besonders gespannt gewesen, weil eben er einer der Top-Offense-Coaches der letzten 10, 15 Jahre im College war. Sprich aber umso entscheidender dann natürlich die Frage, wer seine Coordinator sein werden. Also wenn wir das bei den Jets gerade angesprochen haben, muss man es hier natürlich mindestens genauso ansprechen. Eben, wer wird Defensive Coordinator sein? Wer wird Offensive Coordinator sein? Ja, das wird sich jetzt, meines Wissens nach ist da noch nichts bisher entschieden. Das wird sich jetzt über die nächsten Tage und Wochen vielleicht auch passieren. Aber das wird dann logischerweise auch ganz entscheidend sein. Und auch da reden wir dann davon, dass höchstwahrscheinlich ein junger Quarterback kommt, den es zu formen gilt. Ja, aber es steht auch nicht ganz fest, welcher es sein wird. Das ist richtig. Bisschen unspektakulärer war dann die Verpflichtung der Atlanta Falcons. Die haben auch einen neuen Headcoach, und zwar den ehemaligen Offensive Coordinator der Tennessee Titans, Arthur Smith. Genau. Unspektakulärer, glaube ich, auch deswegen, weil es einfach nicht so wahnsinnig viel zu ihm zu sagen gibt, ehrlich gesagt, jetzt nach den ersten beiden. Also bei ihm bin ich am meisten gespannt, ob er für diese Headcoach-Rolle bereit ist. Wir haben jetzt gesagt, zwei Coaches, wo wir noch nicht genau wissen, wie sich das dann sportlich auswirkt. Bei ihm, alles, was ich bisher mitbekommen habe, war immer eher so der ruhigere Typ. Interviews rampenlegt. Naja, das macht er halt, wenn es sein muss. Und das ist halt vorbei, wenn du Headcoach in der NFL bist. Ja, und ich kann gleich mal vorwegnehmen, ich bin bei ihm ganz schön skeptisch. Deswegen war er zum Beispiel auch nicht mit in meiner Top-10-Headcoach-Kandidaten mit dabei. Mir einige Interviews mit ihm angeguckt und jetzt auch die Pressekonferenz, die er gegeben hat. Ich weiß einfach nicht, ob ... Also du hast ja vorhin angesprochen, dass es für dich nicht so ausschlaggebend ist. Beziehungsweise, wie soll man das formulieren? Also für dich ist es nicht das Wichtigste, inwiefern diese Person ein Leader sein kann, der so einen ganzen NFL-Kader unter Kontrolle hat. Bei ihm ist halt die Frage ... Nee, 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 das glaub ich schon, dass das wichtig ist. Nee, 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 genau. Es ist vielleicht, es ist nicht unwichtig, klar. Bei ihm, find ich, ist halt das Gegenteil der Fall. Bei ihm weiß ich nicht, ob er genug Leader-Fähigkeiten mitbringt, die nun mal ein NFL-Headcoach braucht, um einen ... NFL-Roster ist halt so vielfältig wie in keiner anderen Sportart, glaube ich. Und so einen Roster zusammenzuhalten, mitzureißen, auch eine gewisse Autorität mitbringen kann. Wie gesagt, ich bin nicht im Locker-Room mit dabei, aber ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der so etwas kann. Nee, find ich absolut fair. Und das war das, was ich auch gerade gemeint hab, mit ... Ich bin gespannt, ob er für diese Headcoach-Rolle bereit ist. Also, ich glaub absolut, du musst anführen können. Und neben dem Anführen musst du auch wahnsinnig gut darin sein, zu organisieren und zu delegieren und all diese Sachen. Also, das sind Kernkompetenzen, die jeder Headcoach haben muss, ob's jetzt NFL oder College und wahrscheinlich sogar Highschool auch ist. Das muss jeder Headcoach können. Das ist halt bei ihm, von allen Kandidaten, die jetzt bisher bekannt sind, das größte Fragezeichen. Geh ich voll mit. Weil rein sportlich find ich's bei ihm spannend, dass er bisher der einzige Offensive-Coordinator ist, der als Headcoach jetzt verpflichtet wurde. Und dann natürlich, dass er aus einer Offense kommt, die der Shanahan-Offense ähnelt. Insofern vermute ich eben auch, dass Atlanta eher bei Matt Ryan bleibt. Nochmal guckt, ob sie einen schnellen Turnaround hinlegen können. Matt Ryan wird viel von dem, was Arthur Smith offensiv mitbringt, wird Matt Ryan schon kennen. Da sollte ein relativ softer Übergang stattfinden können. Aber ja, ob er eben dieser Leader sein kann, der du auch einfach sein musst, überhaupt keine Frage. Das ist wahrscheinlich ... Also, bei ihm für mich das größte Fragezeichen von den Headcoaches bisher. Ja, und auch sportlich war's einer, wo ich noch so leichte Zweifel habe. Weil ich mein, was haben wir bei den Titans die letzten zwei Jahre offensiv immer gesagt? Ja, der Plan A ist super. Das ist eine richtig gute Offense, gutes Scheme, gute Philosophie, die dahinter steckt. Und das funktioniert alles wunderbar. Aber wo ist der Plan B, wenn man ihn mal braucht? Und daran sind die Titans jetzt mehrfach gescheitert in den letzten beiden Jahren. Und du brauchst halt schon ein gewisses Personal, um das dann auch so durchzuziehen. Eine gewisse Qualität in der Offensive Line zum Beispiel. Also, ich bin gespannt, ob er diese Ideen, die er hat, weiterentwickeln kann und sie dann eben auch auf die Falcons so anpassen kann, dass sie dann auch da funktionieren können. Machen wir weiter mit den L.A. Chargers. Die haben sich, wie ich finde, ich glaube, von all denen, die jetzt schon bekannt sind, für mich die spannendste Verpflichtung. Brandon Stady, der Defensive Coordinator der Rams, bisher wird jetzt der Head Coach der Chargers sein. Ja, wirklich, auch vom Verlauf her so der spannendste, glaube ich. Weil wir eigentlich in das Playoff-Wochenende jetzt gegangen sind mit der relativ klar berichteten Meldung von diversen Insidern, dass Brian Dable eben, der Bills Offensive Coordinator, der klare Favorit sein soll bei den Chargers. Und dann bis, komm weiter, Rams fliegen raus. Und plötzlich ist es doch Brandon Staley. Das muss natürlich jetzt erst mal nichts heißen. Rapaport hat dann danach auch berichtet, ja, Staley war Favorit von Anfang an, bla, bla, bla. Auch das muss man mit Vorsicht genießen, weil man muss sich ja immer überlegen, wie dieser Medienapparat funktioniert. Rapaport bekommt seinen Input in dem Fall wahrscheinlich entweder von Staley's Berater oder von Front-Office-Menschen der Chargers. Und beide wollen natürlich diese Verpflichtung so gut wie möglich aussehen lassen. Weil andere Insider haben sehr wohl berichtet, dass die Entscheidung eine Überraschung war für die anderen Teams, die auf Headcoach-Suche sind, für die Kandidaten auch. Also vielleicht, rein spekulativ, aber vielleicht so eine Situation, wo sie nicht länger auf Dable warten wollten. Ja, genau. Und dann halt befürchtet haben, wenn wir Dable am Ende nicht kriegen und Staley dann als unsere zweite Lösung schon woanders und dann gucken wir in die Röhre. Genau, also in der Hinsicht schon mal spannender Verlauf. Das klang jetzt irgendwie sehr negativ. Sollte eher so meine Interpretation von dem, was da vielleicht hinter den Kulissen passiert sein könnte. Aber bin ich voll bei dir. Brenton Staley, ein superspannender Coach. Einer, der, glaube ich, was wir gerade eben bei Arthur Smith diskutiert haben, ich glaube, Staley ist einer, der, was diese ganzen Headcoach-Eigenschaften, Kommunikation, Organisation, Leadership, da soll der wahnsinnig weit sein, richtig guter Coach auch sein. Und ich meine, dass er der beste Defensive-Coordinator in dieser Saison war, das steht für mich. Der steht für mich außer Frage. Ähm, größtes Fragezeichen, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Jets-Diskussion vorhin zurück. Das hatte ich schon angeteasert. Ja, genau. Und wieso ich mich halt gerade bei den Chargers über Brian Dable mehr gefreut hätte, ist eben nun mal, so gesehen, Chargers sind einen Schritt weiter als die Jets, die haben ihren Quarterback, um den sie aufbauen wollen. Und Justin Herbert und dessen Entwicklungen, darum sollte sich jetzt alles drehen. Und so viel ich von Staley halte, bei allem, was ich bisher über ihn weiß, ähnliche Argumentationen wie bei den Jets, das wird nicht sein primärer Job sein, Justin Herbert zu entwickeln. Sprich eben die Wahl des Offensive Coordinators, des Quarterbacks Coach, diese Sachen werden jetzt super wichtig sein. Und dann eben, auch da muss man es natürlich nicht fairerweise sagen, wenn ich es bei den Jets gesagt habe, läufst du logischerweise Gefahr, wenn die Chargers nächstes Jahr eine Top Offense haben, dass du den Offensive Coordinator verlierst. Staley selbst ist ja das beste Beispiel. Ein Jahr Defensive Coordinator gewesen, beste Defense der Liga und zack, Head Coach. Grundsätzlich die Karriereleiter hochgeschossen. Also wer das Royal Fumble Video von mir gesehen hat, wird es wissen, da habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Aus No-Name-Colleges in die NFL geholt worden, von Vic Vangio zu den Broncos. Nee, gar nicht wahr. Erst zu den Bears, dann mit zu den Broncos genommen worden von ihm. Und dann hat ihn halt McVay zu den Rams geholt und halt direkt nach einem Jahr. Also da ist auch ein gewisses Risiko mit dabei, einfach weil er extrem wenig Erfahrung hat im Vergleich zu anderen. Und natürlich auch so viel Verantwortung noch nie ansatzweise hatte. Und das ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Aber auch bei ihm ist halt der Punkt, bei ihm sagt man, das ist halt ein Football-Nerd durch und durch, der wirklich ein unfassbar hohes Football-Verständnis mitbringt. Deswegen ja auch von McVay da rausgepickt wurde sozusagen. Ist noch sehr, sehr jung. Ist jetzt, glaube ich, der drittjüngste Coach in der NFL. Ich glaube, McVay und Kingsbury noch jünger. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber sehr, sehr jung auf jeden Fall noch. Und auch bei ihm hört man aber, dass er auch, also gerade nach dieser Verpflichtung von den Charges hört man, ja, er hat halt einfach auch eine richtig gute Idee mitgebracht für die Offense, für Justin Herbert, für die ganze Offense. Plus übrigens ehemaliger Highschool-Quarterback gewesen, Brandon Staley. Und gar nicht mal so ein Erfolgreich. Wohin man das auf Highschool-Level einschätzen kann. Aber der weiß zumindest, was, oder der hat eine Idee von der Offense. Der hat eine Idee von der Entwicklung von einem Quarterback. Und auch er hier wieder bei einem großartigen Headcoach, einem großartigen offensiven Mind gelernt mit Sean McVay. Also auch hier mache ich mir relativ wenig Sorgen. Natürlich, klar, wenn dann da immer wieder Unterbrechungen sind in der Entwicklung so eines jungen Quarterbacks, ist natürlich nicht optimal. Aber ihn individuell betrachtet als Headcoach, glaube ich, kann das durchaus eine richtig gute Verpflichtung sein. Ja, das ist auch wirklich ja das Einzige, also ich glaube, ich klang negativer, als ich es tatsächlich sehe. Aber das ist halt mein zentraler Kritikpunkt. Wie entwickelst du jetzt deinen jungen Quarterback? Beziehungsweise bei den Jets erst mal, wie wählst du den aus? Und dann, wie entwickelst du den? Und da wäre halt für mich eben ... Deswegen wäre halt auch, also Dable, auch weil ja Josh Allen, Justin Herbert, da kann man ja durchaus auch ein paar Parallelen ziehen, was die beiden angeht, vom Spielertyp her. Das hätte ich halt noch aus Chargers, glaube ich, noch eine Ecke lieber gesehen. Aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, die Chargers holen keinen offensiven Coach, dann wäre wahrscheinlich Staley bei mir die erste oder zweite Antwort gewesen. Du, ich habe es in meinem Video gesagt, Brian Dable zu den Chargers wäre eine meiner absoluten Top-Lösungen gewesen. Also das hätte ich auch noch etwas lieber gesehen. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei der letzten Verpflichtung. Die war schon so gut wie fix, aber kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, war sie dann wirklich fix. Und zwar haben die Lions jetzt auch einen neuen Head Coach. Und das ist eine ... Ja, interessante Personalie. Der ehemalige Tight End Coach und Assistant Head Coach der Saints, Dan Campbell, ist neuer Head Coach in Detroit. Ja, und zwar für sechs Jahre. Sie hätten einen Sechs-Jahres-Vertrag bekommen, was vielleicht auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie doch eher den drastischeren Umbruch im Sinn haben. Haben wir bei den Dolphins ähnlich gesehen mit Brian Flores, der auch direkt einen sehr langen Vertrag bekommen hat. Also noch mal, nur um das klarzustellen. Es wäre super arrogant von uns zu sagen, das wird ein schlechter Head Coach und das wird ein guter Head Coach. Völlig vermessen. Das ist noch schwieriger einzuschätzen, als irgendwelche Spieler, die in den Draft kommen. Total, total. Und also schwieriger finde ich nur noch GMs, weil da wissen wir noch weniger, was sie machen. Aber auch Head Coach ist einfach wahnsinnig schwer. Ich erinnere mich noch, als die Niners Kyle Shanahan geholt haben, da gab's viele, die gesagt haben, ja gut, offens kann der coachen, aber ob der ein Team anführen kann, weiß ich nicht. Und ich mein, bei McVay war's ja noch extremer, was da an Zweifeln dann doch waren. Und mir fehlt einfach komplett bei Dan Campbell so dieses, das Inspirierende. Irgendwie das, wo ich sage, das macht's irgendwie, deswegen freu ich mich jetzt auf die Lions und deswegen glaub ich an diese Verpflichtung. Also nach allem, was ich sagen kann, Dan Campbell einfach super oldschool Football-Guy-Coach. Ich hab's kurze Anekdote. Ich hab mich dann auch ein bisschen informiert, hab auch bei ihm ein paar Interviews mir noch mal angeguckt. Ich hatte ihn auch mit auf meiner Liste für die Kandidaten, aber der war ganz schnell raus, weil, wie du schon sagst, oldschool. Der war mal Interims-Head-Coach bei den Dolphins. Und da haben sich die Dolphins-Spieler im Training gekloppt, aus irgendwelchen Gründen. Und er stellt sich danach hin und sagt, ist doch super, ist doch gut. Da zeigen die mal, da zeigen sie, dass sie mit vollem Herzblut mit dabei sind. Von mir aus können sie ja auch die Schnauze aus, solange sie auf dem Feld dann ihre Leistung bringen. Das ist halt richtig oldschool. Work hard, play hard. Der hat bestimmt enorme Autorität. Also mit dem willst du dich nicht anlegen. Das ist auch so ein Schrank von Mensch. Ja, ja, absolut. Der könnte auch irgendein Offizier bei der Army sein. Aber trotzdem, wir können ja Trends einschätzen oder Trends beobachten. Und für mich geht gerade, was Headcoaches angeht, immer mehr der Trend zu Leuten, die wirklich, wie man so schön sagt, oder wie die Amerikaner sagen, diese X's and O's beherrschen. Diese taktischen Sachen, die wirklich das Football-Verständnis, was ich immer wieder sage, die das haben und die das auszeichnen und das andere natürlich auch einen gewissen Leadership, gewisse Leadership mitbringen und Führungsqualitäten und so weiter. Aber trotzdem, und das seh ich halt bei ihm so überhaupt nicht, beziehungsweise hört man so wenig davon. Was ist deine Idee? Das auf der einen Seite. Also da werden natürlich auch die Coordinators dann ganz kritisch sein, weil, soweit ich weiß, war Dan Campbell auch noch nie Playcaller wirklich in der NFL. Vielleicht hat er es mal für ein, zwei Spiele gemacht, aber insofern, Coordinators werden dann ganz kritisch sein. Wenn ich halt raten müsste, würde ich vermuten, dass es auch da eher Richtung Oldschool, Run the Ball, konservatives In-Game-Coaching, so in diese Richtung. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Also gut, er hat jetzt ein bisschen Eindrücke bei einer Offense gesammelt, die ja durchaus modern ist mit den Saints. Absolut, absolut. Und vielleicht hat ihn das auch irgendwo dann anders geprägt. Aber einmal das, was du gesagt hast, dieses X's und O's, aber dann ja auch die Art und Weise, modern zu denken, offen zu sein für alle möglichen Einflüsse. Und vielleicht ist Dan Campbell das. Wie gesagt, ist schwer für uns zu sagen, aber gerade wenn wir das Rams-Beispiel ... Also sagen wir mal so, er wirkt nicht so. Das kann man schon festhalten. Genau, und gerade wenn wir das Rams-Beispiel haben, ich meine, McVeigh reden immer viel über seine Offense und so weiter und so fort, und ja auch zu Recht. Aber er ist ja auch, Sean McVeigh ist ja einer, der unheimlich gut in diesen ganzen Kommunizieren und auch in der Art und Weise, wie er denkt, also dass er einen Brandon Staley eben holt als Defensive-Koordinator, weil er sieht, der hat eine moderne Idee davon, wie du die heutigen NFL-Offenses verteidigst. Und deswegen will ich mir das reinholen. Das bin ich halt sehr gespannt, wie da der Coaching-Staff bei den Lions aussieht. Ja, also nicht, was uns aus den Schlappen haut. Es sind jetzt nur noch zwei Teams ohne Headcoach, die Eagles und die Texans. Aber es gibt auch noch ein paar sehr spannende Kandidaten. Also die lassen sich Zeit, aber ich glaube, die Auswahl ist auf jeden Fall, oder es gibt noch eine gewisse Auswahl, wo ich sagen würde, ja, die kann man machen. Die kann man holen. Ja, die Frage ist halt, wer will dahin? Das ist so ein bisschen das, was ich mir mittlerweile tatsächlich die Frage stelle. Also, man hört ja immer dann regelmäßig hier, die Eagles haben bei dem und dem angefragt, bei dem und dem angefragt. Und ich sag mal so, das sind jetzt schon ein, zwei Schubladen tiefer. Und auch eine, also, finde ich von der Liste her, einfach eine kreuz und quer. Wilde Mischung auf jeden Fall, ja. Klar, Biennemi und Brady waren das, und Josh McDaniels ist da jetzt auch schon gefallen. Aber ja auch und Kellen Moore zum Beispiel. Die wollen noch Todd Bowles, ähm, die wollen mit Dennis Allen, dem Saints-Defensive-Koordinator, mit Nick Sirianni, dem Colts-Offensive-Koordinator. Also, das wirkt schon sehr nach, wir werfen einfach mal ein paar Netze aus und gucken, was so bei rumkommt. Bei Fun. Und, ja, so. Und Houston ja ähnlich auch. Also, Houston ja auch, gut, er auch. Biennemi-Brady, das sind also die Namen, okay. Ähm, aber dann Jim Caldwell. Dann wieder Matt Eberfluss, der Colts-Defensive-Koordinator. Leslie Frazier, der Bills-Defensive-Koordinator. Der Marvin Lewis wird da auf einmal auch genannt. Ähm, das sind halt schon, das ist halt schon ein sehr breites Netz, was, also, nichts Schlimmes daran. Aber was halt die beiden Spots natürlich eint, ist diese massive Unsicherheit. Ähm, als wir noch vor ein paar Wochen über die Head-Coaching-Spots gesprochen hatten, hatte ich ja, und ich glaub, du ja auch, Houston, sehr, sehr hoch eben, wegen de Sean Watson. Logisch, ja. Genau, wo wir jetzt zunehmend weniger wissen, ob der noch mal spielen wird für die Texans. Und, ähm, all das, was man von hinter den Kulissen mitbekommt über die letzten Wochen, macht den Job halt schwer zu verkaufen. Warum solltest du als Brian Dable oder auch Eric Biennemi, ähm, die nächstes Jahr beide wieder hochgehandelte Kandidaten sein werden, dahin gehen, in eine Situation, die von außen betrachtet, ähm, sehr schwierig wirkt. Und wo du dann Gefahr läufst, dass du sehr schnell, äh, als Head-Coach erst mal verbrannt bist. Und Philly ist ja, gut, Philly ist in der Hinsicht deutlich besser, was die, was die Führungsebene angeht. Aber da wirst du dich halt trotzdem mit einem sehr starken GM zurechtfinden müssen. Und du hast eben einen sehr alten Kader. Und du wirst wahrscheinlich Carsten Wentz vor die Nase gesetzt bekommen. Also, das sind jetzt nicht die Spots, glaub ich, wo sich halt die Top-Kandidaten reißen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da eher dann auch Namen letztlich hingehen, die man vielleicht vor drei Wochen noch nicht so auf dem Zettel hatte. Apropos Deshaun Watson, da sagen wir beide, ähm, oder haben wir beide gesagt, wird nicht passieren. Die Texans sind nicht so doof, dass sie ihn abgeben. Aber die Gerüchte hören nicht auf. Obwohl ja noch keine offizielle Trade-Anfrage aus dem Lager Watson, glaub ich, da ist. Aber die Gerüchte sind da und werden auch nicht weniger. Vor allem, weil's heißt, okay, die Erde ist so verbrannt zwischen diesen beiden Parteien. Watson will unbedingt weg. Was ist dran und passiert das noch? Oder wie sieht's aus? Ja, wir hatten's ja, so als kleinen Blick hinter die Kulissen, wir hatten's ja letzte Woche diskutiert, vor der Aufnahme, ob wir das reinnehmen wollen oder nicht. Wir haben uns dann dagegen entschieden. Und jetzt, über diese Woche, kamen halt doch immer mehr, auch gerade die seriösen Reporter, allen voran Adam Schäfter von ESPN, die mittlerweile halt ganz krass auf den Zug aufgesprungen sind. Also Schäfter konkret hat am Wochenende berichtet, dass eben die Leute innerhalb und auch außerhalb der Texans mehr und mehr glauben, dass er nicht mehr für die spielen wird. Gibt auch Berichte, dass Houston intern schon Trade-Szenarien diskutiert und erwägt, mit wem man so einen Trade überhaupt machen könnte. Miami wird da vermutlich das Team sein, das ihr am häufigsten hört. Auch da gibt's eben schon mittlerweile Gerüchte, dass Watson für die, dass das ein Trade wäre, den er gerne sehen würde, wenn's denn einen Trade gibt. Muss man auch dazu sagen, Sean Watson hat da durchaus ein gewisses Mitspracherecht, weil er eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag hat. Sprich, wenn jetzt die Texans sagen, hier, wir haben hier einen Trade mit den, keine Ahnung, Jets, und Watson sagt, ich will aber nicht zu den Jets, dann könnte er da sein Veto einlegen. Und Miami natürlich so das Team, das viel Draft-Kapital hat, das im Gegenzug einen jungen Quarterback zurückschicken könnte mit Tour, den die Texans vielleicht dann als eine Option sehen, um auch diesen Restart anzugehen. Also, super spannendes Szenario. Gibt's natürlich auch andere Optionen. Ja, Jets ist genau das Gleiche eigentlich, was du gerade gesagt hast. Das trifft ja auch zu. Ja, genau, nur, dass du halt da dann Donald schon mehr bezahlen musst als jetzt Tour. Aber von der Grundidee, genau, mein Punkt ist und bleibt, einen 25-jährigen Top-5-Quarterback tradest du nicht. Punkt aus. Und so richtig, richtig glaub ich auch immer noch nicht, dass das passiert. Aber alles, was wir halt da über die ganze Machtdynamik die letzten Wochen mitgekriegt haben, muss man sagen, vielleicht ist es wirklich das Tischtuch so zerschnitten, dass da nichts mehr zu retten ist. Dann muss Houston trotzdem immer noch einen Monsterpreis verlangen. Überhaupt keine Frage. Weil man darf ja auch nicht vergessen, der steht noch die nächsten fünf Saisons unter Vertrag. Und wenn wir realistischerweise potenzielle Franchise-Tags draufrechnen, steht der eigentlich noch sieben Jahre unter Vertrag. Also, die Texans dürfen ihn jetzt auch nicht verscherbeln, nur weil er weg will. Mein Lieblingsgerücht übrigens die Panthers. Hm, spannend, ja. Weil die, ähm ... Ja, das wäre ... Haben auf jeden Fall ein Front-Office, was gerne Spektakuläres machen würde. Haben nicht ganz das Kapital wie jetzt andere, aber haben auch einen relativ frühen Pick zumindest. Haben einen frühen Pick und er hat natürlich für Clemson gespielt. Oh, also Clemson ist ja in South Carolina. Ja, ja. Ähm, noch zwei kürzere News. Die Steelers haben ihren Offensive-Koordinator Randy Fichtner entlassen, über den wir ja viel geschimpft haben dieses Jahr. Der ist nicht mehr in Pittsburgh zugegen. Ja, wurde ja auch gefühlt so von der gesamten Steelers-Fanbase gefordert. Und verstehe ich auch irgendwo, weil die Offense war super unkreativ und eindimensional. Und da musste sich auch was ändern. Sondern meine große Frage, und falls Big Ben weitermacht, werden wir wahrscheinlich einigermaßen Antwort drauf bekommen, ist eben, wie viel davon war Randy Fichtner und wie viel davon war Big Ben selbst? Weil das darf man ja nun auch nicht vergessen, dass Fichtner seit 2007 bei den Steelers war und acht Jahre lang der Quarterbacks-Coach für Ben Roethlisberger. Also, wenn irgendjemand Big Ben sportlich kennt und weiß, was der will und braucht und so weiter, dann war's wahrscheinlich Randy Fichtner in dieser Organisation. Und insofern, glaube ich, liegt die Vermutung jetzt nicht völlig fern, dass Pittsburgh viel von dem, was sie gemacht haben, auch wegen Ben Roethlisberger gemacht haben. Und auch, weil halt die Offensive Line ein bisschen wackeliger war und so weiter. Und halt gewisse Limitierungen einfach mit Big Ben physisch inzwischen einfach einhergehen. Insofern wird spannend, einmal, wer der Nachfolger wird. Und dann natürlich, ob Ben selber weitermacht. Und zum Abschluss fast eine Stunde News-Segment. Auch ein neuer Rekord. Aber es gab viele Neuigkeiten, über die auch gesprochen werden muss in dieser einen Woche. Die NFL hat verkündet, dass es zwar eine Combine geben wird für den Draft, aber die etwas anders aussehen wird. Natürlich aufgrund von Covid-19. Ja, sehr anders, muss man, glaube ich, fairerweise sogar sagen. Also, es wird keine Workouts geben. Die gibt es, wenn, dann nur bei einem Pro-Day. Interviews mit den Teams, die psychologischen Tests, das alles wird virtuell stattfinden. Also, nicht das klassische Spieler ist im Raum mit Team A und dann mit Team B und so weiter. Das wird es alles nicht geben. Medizinische Untersuchungen vor Ort werden nur für eine bestimmte Anzahl an Prospects erlaubt. Und auch eben die ganzen Head-Coach- und GM-Interviews, die ja immer im Rahmen der Combine stattfinden, finden auch virtuell statt. Das wird den Draft-Prozess natürlich verändern dieses Jahr. Weil Combine ja schon so ein Benchmark-Event einfach ist, auch wenn wir immer sagen, die Zahlen und so weiter nicht überbewerten. Aber es ist halt irgendwo doch so ein Benchmark-Event in diesem Draft-Prozess. Und was natürlich auch fehlt, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist die Combine als Bühne für Kontakte, für Gespräche unter GMs und Agenten. Genau, weil das ist ja so ... Da werden ganz viele Trades eingeleitet und vielleicht auch schon beschlossen, von denen wir dann erst im März irgendwann, wenn Free Agency anfängt, hören. Ja, ich meinte gar nicht tatsächlich die Verbindung sozusagen abseits der College-Prospects, sondern ich meine auch die direkten Gespräche mit den Prospects. Und da wird wahrscheinlich dann auch viel zwischendurch mal ... Und die lernen sich besser kennen. Und all das, was dazugehört, ich glaube, das wird fehlen. Also vor allem den Teams dann für ihre Evaluierung. Ich glaube, da fließt schon sehr viel mit rein. Wie kommt ein Spieler rüber? Wie gibt er sich? Wie macht er sich? Und das ist halt alles digital. Und da wissen wir alle nur zu gut, dass so ein Videocall nicht ansatzweise so persönlich und aussagekräftig ist wie das persönliche Gespräch. So, das soll's dann aber auch mal gewesen sein. Gut, dass wir nur zwei Spiele haben. Die Conference Championship Games. NFL Preview. Vier Teams sind noch übrig. Zwei davon schaffen es in den Superbowl. Ein Team aus der AFC, eins aus der NFC. Beide Spiele finden am Sonntagabend statt. Und wir gehen natürlich chronologisch durch und fangen mit dem frühen Sonntagabendspiel an. Sonntag um 21.05 Uhr deutscher Zeit spielen die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Nummer 1 der NFC gegen die Nummer 5 nach der Regular Season. Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten. Und nicht nur deshalb wird es ein spannendes Duell. Da gibt's viele sportliche Aspekte, auf die man gucken kann. Werden wir natürlich auch machen. Dieses Duell gab's dieses Jahr schon mal. Woche Nummer 6. Generell ist es einfach nur eine Wiederholung von Woche Nummer 6. Weil auch das zweite Spiel gab's in Woche 6 schon. Damals haben die Bucks gewonnen mit 38 zu 10. Da gucken wir gleich noch mal drauf, wie's dazu gekommen ist. Dieses Mal sind die Packers knapper Favorit. Nur mit drei Punkten Vorsprung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eigentlich nur ein Team, ich weiß nicht, wie's dir geht, nur ein Team, das überzeugt hat, das mich persönlich überzeugt hat. Und das waren nicht die Chiefs, das waren nicht die Bills, das waren auch nur die Bucks, zumindest nur bedingt. Das waren die Packers. Für mich sind die Packers momentan dank ihrer Offense das zu schlagende Team in der NFL. Also Bills würde ich, glaube ich, schon noch mit reinpacken, wenn wir jetzt auf die Divisional-Runde gucken. Die haben halt in der Wildcard-Runde mehr gewackelt. Aber die Packers waren schon sehr, sehr dominant in ihrem Spiel gegen die Rams. Vor allem, wenn man sich halt vor Augen führt, gegen wen sie da gespielt haben. Natürlich, sie haben ihre super Offense, aber sie haben wirklich gegen diese Top-Defense gespielt. Also wer, wenn nicht die Rams-Defense, haben wir uns gefragt, soll die Packers offen stoppen? Und sie haben sie nicht gestoppt, sondern die Packers sahen über weite Strecken souverän aus. Und damit gehen wir, da schließt sich ja wunderbar der Kreis, wir gehen jetzt in das Championship-Game gegen die einzige Defense, die die Packers wirklich gestoppt hat in dieser Saison. Und das waren ja nun mal die Bugs in Woche sechs. So als kleinen Rückblick, ich hab mir jetzt auch Teile von dem Spiel heute noch mal in der All-22-Perspektive angeschaut und sowieso noch mal ein bisschen auf das Spiel geguckt, auch beim anderen Spiel, weil ich find das dann schon spannend, wenn du so was schon mal hattest in der gleichen Saison. Also die Bugs haben Rodgers ja unheimlich aggressiv geblitzt. Bei mehr als der Hälfte seiner Dropbacks haben sie ihn geblitzt. Und er hat gegen den Blitz nur 35 Prozent von seinen Pässen angebracht, keine vier Yards pro Pass, beide Interceptions kamen gegen den Blitz. Also das war mit Abstand das schlechteste Spiel der Packers Offense und vor allem von Rodgers selbst in der Saison. Und dass sie so physisch auch dominiert wurden, hat man in keinem anderen Spiel gesehen. Und jetzt muss man einmal sagen, klar, die Bugs-Defense spielt nicht mehr ganz so stark wie in der ersten Saisonhälfte. Ist immer noch gut, aber nicht mehr so ultra-aggressiv, würde ich vielleicht sagen. Und gleichzeitig fehlt bei den Packers David Bakhtiari, der Left-Tackle, der in dem Spiel auch noch so was wie der Fixpunkt in der Offensive Line war. Das hat man jetzt gegen die Rams nicht so gemerkt, aber in dem Spiel könnte ich mir vorstellen, dass es eher auffällt, dass da halt nicht Bakhtiari auf der linken Seite steht. Was aber generell für mich in dem Spiel sehr auffällig war, war, dass es gar nicht so sehr die Offensive Line war bei den Packers. Also dass die Offensive Line irgendwie dauernd Fehler gemacht hätte und irgendwie kommen dann immer wieder freie Rusher durch oder so was. Die haben schon auch gewackelt, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, dass das erklären würde, was dann passiert ist. Sondern dass Rodgers selbst eher derjenige war, der den Ball sehr lange gehalten hat, der mit seinen Reeds ein bisschen spät war, auch bei den Pick-Six unter anderem, der das Spiel ja auch hat kippen lassen. Das darf man ja auch nicht vergessen, die Packers haben ja geführt 10 zu 0 und hatten den Ball. Also haben 10 zu 0 geführt und hatten den Ball. Und dann wirft Rodgers halt den Pick-Six und direkt beim nächsten Drive noch mal Interception. Und dann ist das Spiel gekippt. Also, man darf nicht vergessen, wie das Spiel den Packers damals aus der Hand geglitten ist. Und für mich, ich kam raus aus dem, jetzt noch mal das Spiel anschauen mit dem Take, dass das vor allem Rodgers halt war, der da einfach schlecht gespielt hat. Und das ist dann so ein bisschen die Frage einmal, wie überträgt sich das? Weil er halt einfach deutlich besser spielt seitdem. Das wollte ich gerade sagen, und die ganze Offense hat ja seitdem auch noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ist deutlich besser geworden. Also, ich meine, in der zweiten Saisonhälfte, die Packers Offense war ja deutlich besser, finde ich, als die in der ersten Saisonhälfte. Und grundsätzlich auch, du hast gerade schon das Spiel gegen den Blitz angesprochen, er hat vier Interceptions in der ganzen Saison gegen den Blitz geworfen. Und du hast ja gerade schon gesagt, zwei davon waren's in dem Spiel. Also, ansonsten, gegen den Blitz war er eigentlich richtig gut. Wenig Sex kassiert gegen den Blitz, 18 Touchdowns bei Blitz geworfen. Aber wenn er Druck bekommt grundsätzlich, dann wackelt er oder dann hat er die ganze Saison über, wenn er überhaupt irgendwo gewackelt hat, dann, wenn er Druck bekommen hat. Dann gab's schon mal die seltenen Fehler, vor allem dann ja auch Sex. Also, was erwartest du von dieser Defense? Glaubst du wieder, sie versuchen's wie in dem ersten Spiel mit viel Aggressivität, mit viel Blitzing? Oder versuchen sie, ihn anders auch unter Druck zu setzen? Das wird halt wirklich ... Und da könnte die Bakhtiari-Personal ja auch wieder eine Rolle spielen. Weil vielleicht testen die Bugs es am Anfang mal so ein bisschen, wie sie mit dem 4-Man-Rush so durchkommen. Und wenn sie da mehr Erfolg haben, dann gibt's vielleicht auch weniger Grund, so viel zu blitzen. Dann sind's eher einzelne Blitzes. Aber die Bugs werden trotzdem blitzen. Also, das ist halt immer noch ihre DNA. Das ist halt das, was sie machen. Ich glaub aber, dass die Packers mehr Auswege finden. Weil was mir unter anderem auch aufgefallen ist in dem Woche-6-Spiel, ist, wie häufig sie doch Devante Adams nicht nur als Outside-Receiver, sondern auch als isolierten Outside-Receiver aufgestellt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da schon mal eine klare Umstellung sehen, um eben mehr Match-Ups zu kreieren und auch Rodgers vielleicht mehr Reads zu geben, mehr Sachen zu geben, wo er sich wohler fühlt. Nämlich unter anderem halt dahingehend, dass Adams mehr aus dem Slot kommt. Er hat in dem Spiel sehr, sehr wenig im Slot gespielt. Und dann haben wir hier direkt das erste, wenn die Bugs ihre Man-Coverage spielen, haben wir hier direkt das erste super spannende Match-Up eben gegen Sean Murphy Bunting, der jetzt gerade Michael Thomas komplett abgeweldet hat im Slot. Adams natürlich dieses Jahr eine andere Hausnummer als ein sehr angeschlagener Michael Thomas, klar. Aber falls sie es irgendwie schaffen, Adams wieder einigermaßen zu neutralisieren, so wie es in Woche 6 ja der Fall war, da war es vor allem Outside-Carlton Davis, der das oft, der oft Adams hatte. Ja, und hatte Carlton Davis nicht auch eine richtig starke Woche, letzte Woche gegen Michael Thomas? Der hat auch, glaube ich, einige Targets verhindert. Ja, genau. Also, das sind so die zwei Cornerbacks, auf die, je nachdem, ob Adams halt Outside oder im Slot steht, auf die ich dann achten würde aus Bugs Sicht. Wenn sie das einigermaßen schaffen, dann hat man eben gerade in dem Spiel halt dieses Problem gesehen, was relativ wenig aufkam bei den Packers, aber in manchen Spielen halt doch, dass halt die starke Waffe Nummer zwei, Waffe Nummer drei auf Wide Receiver gefehlt hat. Und vielleicht dann könnte das so ein Spiel werden, in dem Alan Lazar wichtig wird. Weil der hat gefehlt in Woche 6, der war nicht dabei. Und vom Grundsatz her sind die Bugs ein Team, die werden aggressiv sein, aber du kannst sie auch tief schlagen. Das hat man immer wieder auch in der Regular Season gesehen. Insofern, Ritt auf der Rasierklinge, sie werden ihre Cover-Two-Man- und Cover-One-Pressure-Pakete spielen, keine Frage, das ist halt das, was sie machen. Aber ich glaube, selbst ohne Bakhtiari, dass die Packers einfach mehr Antworten mittlerweile darauf haben. Letztendlich waren ja auch die zweiten Receiver sozusagen, nenn ich sie mal, alle, die da sind bei den Packers, auch letzte Woche schon sehr entscheidend. Da hieß es ja schon, guck mal, sie haben doch alles richtig gemacht. Sie brauchen gar keinen zweiten Receiver. Aber ja, auf die wird es dann auch zum Teil wieder ankommen. Die Packers laufen ja auch eigentlich durchaus ganz gerne mal. Haben ja auch einige wichtige Runs die ganze Saison über am Boden gehabt. Aber gegen diese Bugs-Defense, da muss es schon durch die Luft gehen wahrscheinlich. Weil die sind nach wie vor gegen den Lauf einfach brutal gut. Ja, denke ich auch. Hängt auch damit zusammen, dass sie halt bereit sind, sehr aggressiv in Coverage zu spielen. Und dadurch können sie mehr in die Box stellen. Aber sie haben natürlich auch die Runstopper an der Line mit zu ... Vielleicht ja sogar mit Wiederwäher zurück diese Woche. Da wurde jetzt das Fenster geöffnet eben, um wieder zu trainieren und aktiviert zu werden. Dieses 21-Tage-Window. Die Run-Defense würde nicht schlechter werden auf jeden Fall. Nee, also ich würde es mal als einen Longshot bezeichnen, dass er spielt. Aber die theoretische Möglichkeit zumindest besteht. Können wir auch vorstellen, dass sie das jetzt nur gemacht haben, falls sie in den Superbowl kommen. Dass er dann da dabei wäre. Aber theoretische Möglichkeit besteht. Und dann haben die Bucks natürlich auch starke ... Also viel Qualität auf Linebacker, unterschiedliche Qualität. Mit Devin White eben natürlich den physisch begabten, sagen wir es mal so, sehr explosiver Linebacker, der Sideline-to-Sideline verteidigt. Der blitzt natürlich wahnsinnig gefährlich. Und LaVante David halt, der covern kann, um es mal böse zu sagen. Aber das sind dann auch im Verbund mit den sehr guten Safeties, können das natürlich auch Antworten sein auf das, was die Packers gerne mit den Running Backs und Titans im Passspiel machen. Physisch begabt. Auf jeden Fall eine schöne Beschreibung, die man über sich hören will. Devin White ja auch schon große Töne gespuckt. Nach dem ersten Aufeinandertreffen. Ich glaube, irgendwie sowas gesagt wie, die Packers haben es nicht verdient, oder hatten es in Woche sechs nicht verdient, mit uns überhaupt auf einem Feld zu stehen und so. Da ist auf jeden Fall schon mal Pfeffer drin. Finde ich gut. Ja, also die Packers Offense muss erst mal gestoppt werden. Du hast ein paar Überlegungen angebracht, wie man das machen kann, wie sie es schaffen können oder wieder schaffen können. Auf der anderen Seite steht Tom Brady mit der Bucks Offense. Und Tom Brady, ich hebe es immer wieder gerne heraus, wie krass dieser Typ ist einfach in seinem Alter. Und generell die ganze Playoff-Karriere ist einfach ... Das ist sein 14. Conference-Championship-Game. 14. Das ist halt fast eine Regular Season an Conference-Championship-Games. Weißt du, hast du in den letzten Tagen mal seinen Playoff-Rekord gesehen, sein Post-Season-Rekord? Nee. Ich glaube, sein Divisional-Rekord ist irgendwie so 15 und 2 oder 14 und 2 oder irgendwie sowas. Sein Post-Season-Rekord. 32 Siege, 11 Niederlagen. Das ist unglaublich. Gerade wenn man überlegt, also 32 Siege in der Post-Season. Der Zweitplatzierte in dieser Statistik ist Joe Montana. Ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Nö. Mit 16. Der hat doppelt so viele Siege. Und man muss ja eben auch sagen, wir haben jetzt vorhin Rivers gerade, wir haben Breeze ja auch schon so ein bisschen den Abgesang jetzt gehabt Anfang der Woche. Man muss ja einfach, und Brady logischerweise älter als die alle. Ja. Ich glaube, Brady ist was, vier Jahre älter als Rivers, meine ich? So was, vier oder fünf? Es müssten ja vier sein, weil 39 und 43, oder? Genau, ja, 39 und 43. Und spielt halt aber auf einem Level, das ist ein Wahnsinn. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist wirklich, also, nicht, dass ich jetzt hier die Statistik Siege als Qualitätsmerkmal für Quarterbacks anführe, weil das ist nach wie vor Quatsch, aber es zeigt einfach mal, was der für eine Karriere hat. Brady hat so viele Playoff-Niederlagen wie Rodgers Playoff-Siege. Also, das sagt schon so einiges. Und was ich halt so beeindruckend finde, ist halt einfach, dass er es jetzt mit einem neuen Team macht, nach 20 Jahren einfach, mit einem komplett anderen Team, einem anderen Coach, anderen Spielern. In einer schwierigen Offense, wo wir eigentlich, wo eigentlich jeder Quarterback, egal wie gut der war, ein Jahr gebraucht hat, um erst mal in diese Arians Offense reinzufinden. Es ist wirklich einfach nur beeindruckend. Und wenn der es in den Superbowl schafft, mit den Bucks, ohne die Patriots, ohne Belichick. Zu Hause, dann noch den ersten Home-Superbowl aller Zeiten. Ah, stimmt. Ach, das kommt ja noch dazu. Das wäre, an Storylines wäre es natürlich ... Leider dann ohne Zuschauer ist natürlich dann besonders bitter, aber ... Ich glaube, ein paar gibt's, oder? Ich glaube, ein paar, nicht viel, aber ... Ohne ist jetzt sprichwörtlich gemeint. Ja. Im Vergleich zum Normalfall. Aber ja, also, ich wollte einfach nur noch mal unterstreichen, was dieser Typ einfach für eine Karriere hinlegt, ja aktuell noch. Und einfach nur beeindruckend, das Besondere an dieser Bucks Offense ist ja, dass er so viele verschiedene Anspielstationen hat. So viele Waffen. Wir sagen es eigentlich jede Woche, aber man hat es ja auch letzte Woche wieder gesehen. Evans, Godwin, Antonio Brown ist zwar angeschlagen, sah wohl aber jetzt im MRT ganz gut aus, sollte spielen können. Gronkh, Cameron Braid ist irgendwie wieder ein Faktor seit ein, zwei Spielen. Leonard Fournette ist plötzlich ein Faktor im Passspiel auch. Scotty Miller mit einem wichtigen Catch. Tyler Johnson mit einem ganz wichtigen Catch, der Rookie. Es ist halt immer die Frage, wenn du gegen diese Bucks Offense spielst, hast du die personellen Mittel, all diese Leute irgendwie zu verteidigen? Weil ja, das sah ganz gut aus von den Packers jetzt im Passspiel gegen die Rams, aber das war mit einem angeschlagenen Jet Goff, das war ohne Cooper Cup. Das ist natürlich dann nicht so schwer. Und jetzt kommt halt eine Armada von Spielern, von Playmakers auf dich zu. Also, das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Level. Also, um deine Frage zu beantworten, nein. Die Packers haben nicht die Qualität, um das alles zu covern. Nicht in der Breite eben, ne? Genau, nicht in der Breite. Ähm, ich würd's nochmal einen kleinen Schritt zurückdrehen, weil das für mich noch der fast entscheidendere Faktor in dem Spiel sein wird, ähm, wie Tampa Bay's offensiv spielt. Weil das Spiel gegen die Saints, das war schon echt ein bitterer Rückfall in alte Bucks Offense-Zeiten aus den ersten beiden Saisontritteln. Deswegen meinte ich auch, sie haben mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Genau. Auch wenn sie gewonnen haben und es kein schlechtes Spiel war, aber überzeugen war's nicht. Ja, genau. Nee, absolut. Und ich hatte das auch während des Spiels lief mal getweetet hier, das fühlt sich irgendwie an wie so ein ganz, äh, ein ganz krasser Rückschritt, was die offensive Herangehensweise angeht. Und ich hab's dann jetzt tatsächlich auch nochmal nachgeschaut. Tampa Bay ist bei First Down gegen die Saints 20 Mal den Ball gelaufen. Ähm, elf von diesen 20 Runs sind für drei Yards oder weniger gegangen. Surprise, es war halt einer der besten Run-Defensis der Liga. Und das war jetzt nicht ... Die war jetzt nicht überraschend so gut. Richtig, richtig. Und es war einfach wieder krass frustrierend zu sehen, weil es auch nur, es ist ja keine große Vielfalt in diesem Run-Game. Es ist halt oft dann Leonard Fournette durch die Mitte. Ähm, und sie haben nicht, sie haben dann so ... Ronald Jones kann auch gut durch die Mitte laufen. Ja, gut. Oder Ronald Jones durch die Mitte. Ähm, sie haben auch ihr Play-Action-Game wieder deutlich runtergeschraubt. Und das ist deutlich weniger genutzt. Also eigentlich so viel von dem, was ich die letzten Wochen gelobt hatte, wo ich gesagt hab, hier, da ist die Entwicklung. Das war auf einmal wieder weg. Und ich hab keine Ahnung, warum. Ob das jetzt irgendwas Gameplan-Spezifisches war. Ähm, und deswegen geh ich auch mit dem mit, was du gesagt hast. Ich war nicht so überzeugend, gerade eben offensiv. Ja klar, am Ende stehen 30 Punkte, hatten sie, gell? 30, 20. Aber es ging halt gegen ein Saints-Team, das selbst offensiv kaum was gemacht hat. Und dann vor allem die Turnover hatte. Alle drei Bucks-Touchdowns kamen direkt nach Turnovern. Zwei nach Interceptions und eine nach dem Fumble. Und dementsprechend auch mit kurzem Feld. Das eine Mal waren's drei Yards noch, dann einmal 40 und einmal 20 Yards. Also sie haben die Turnover direkt in Touchdowns umgemünzt. Und das kannst du halt diese Woche so nicht erwarten. Naja, wie setze ich da an? Also wir wissen halt nicht, wie sie es angehen. Aber wir sind natürlich dafür, dass sie halt ihre Armada an Receiving-Playmakern ja vor allem auch nutzen. Ja. Und was mich bei den Packers defensiv überrascht hat, ist, dass der Passrush plötzlich wieder zurück unter den Lebenden war. 20 Quarterback-Pressures. Und das Ding ist ja, bei Brady war noch nie der große Pressure-Entweicher, wie soll man das nennen? Also noch nie der gute Scrambler und einer, der Plays verlängern kann, wenn er Druck bekommt. Das wird er auch nicht mehr und das wird eher schlechter. Dann nimmt er mal auch unnötiges Sex oder Sex, die andere vielleicht noch verhindern können. Aber was mich überrascht hat, war, klar, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viel gepasst, aber Brady stand jetzt gegen eine der besten Fronts der Liga mit den Saints kaum unter Druck. Also wie schätzt du dieses Duell an der Line jetzt mit diesem wiedererwachten Packers-Passrush gegen die O-Line der Bucks und generell Brady, der jetzt vor allem letzte Woche auch wenig unter Druck stand? Wie schätzt du da das Duell ein? Das ist es halt. Ich schätze diese ganzen Matchups eigentlich zugunsten der Bucks ein, was das Spiel angeht. Es ist halt die Frage, inwieweit sie es nutzen tatsächlich. Weil, also die Packers, das war ja so die letzten Wochen ein bisschen, gerade so Darius Smith, aber auch Rashawn Gary, dass die so ein bisschen, dass dieser Passrush sich wiederbelebt hat, über Außen vor allem, also über die Edge-Rusher. Und das ist eigentlich halt was, was die Bucks ziemlich gut unterbinden können mit ihren Tackles, auch dann mit Brady, dem es natürlich viel leichter fällt, in der Pocket zu arbeiten, wo er in der Mitte Platz hat und über Außen der Druck kommt als andersrum. Und dann eben ja auch das, was du ganz am Anfang gefragt hattest, die Matchups eben Receiver-Cornerback. Also klar, du hast J.E. Alexander, und der spielt eine unheimlich, unheimlich gute Saison, ist der beste Cornerback dieser Saison wahrscheinlich auch. Jetzt sagen wir mal, der nimmt eben Mike Evans raus oder Antonio Brown raus, so wie letzte Woche Marshall Letty Moyer gemacht hat mit Mike Evans. Wen auch immer er letztlich rausnimmt, dann haben die Bucks einmal noch den anderen jeweils, also Brown oder Evans, plus natürlich Chris Godwin, plus eben Scotty Miller noch dahinter, der jetzt auch gegen die Saints da mal so ein Big Play hatte, wo die Saints es ja wirklich geschafft haben, diese drei Receiver relativ gut abzumelden. Das haben sie ja wirklich geschafft. Das traue ich halt den Packers so nicht zu. Und deswegen bin ich wirklich in erster Linie auf der Seite des Balls drauf gespannt, wie Tampa Bay es spielen will. Weil wenn sie es so spielen wie gegen die Saints, dann verlieren sie es. Da habe ich keinen Zweifel. Und dafür sind die Packers viel zu gut. Aber wenn sie es halt wirklich, das Passspiel öffnen, dann können sie es halt, glaube ich, gewinnen. Naja, ein entscheidender Faktor aber an dieser Rechnung, die du da gerade hattest, ist ja aber auch, selbst wenn sie viel laufen wollen, werden sie, glaube ich, besser laufen können. Weil gegen die Packers kannst du in der Regel einigermaßen laufen. Und vor allem, glaube ich, deutlich besser als gegen diese Saints-Front. Also, selbst wenn sie an ihrem Plan, den du jetzt ganz offensichtlich nicht so gut findest, wenn sie an dem festhalten, sollte es insgesamt dann doch noch besser klappen als gegen die Saints. Wahrscheinlich. Du machst sie halt selbst unheimlich schwer. Und es war halt gegen die Saints wieder genau das, was wir, was, wo ich, ich weiß noch, so Mitte der Saison hatte ich Brady recht hoch in meinem Quarterback-Ranking. Und das war so die Phase, wo er ein paar Interceptions geworfen hat und die Bugs gewackelt haben. Und da kam auch viel dann entsprechend Gegenwind für die, ich glaube, ich weiß nicht, Brady auf fünf oder so was. Und da habe ich das halt auch dann versucht zu erklären eben, dass die Bugs ihn halt permanent in richtig miese Situationen bringen. Eben dahin geht, dass er dauernd bei Dritter und Lang werfen muss und dass er dauernd enge Fenster treffen muss in schwierigen Down- und Distance-Situationen. Und das, ja, wie gesagt, das macht es sich halt selbst einfach schwer. Und deswegen, da bin ich auch gespannt, wie die Packers dann logischerweise das Run-Game stoppen. Aber auch, wie sie ihre Coverages spielen. Weil Green Bay jetzt die letzten Wochen schon immer wieder die Tendenz hatte, dass sie sehr, gerade auch bei Third Down, dass sie sehr soft in ihren Coverages sind. Und so was, da seziert sich Brady halt nahtlos, wenn du ihm das anbietest. Deswegen, du musst ein Stück weit auch aggressiver einfach sein, dann defensiv. Und halt gerade, wenn die Bugs es so spielen, wenn sie wirklich bei diesem Early-Down-First-Down-Run-Game bleiben, dann musst du sie halt bestrafen dafür. Und das kann ja schon reichen, so gut, wie die Packers Offense ist, bei allem Respekt vor der Bugs-Defense, aber so gut, wie die Packers Offense ist, kann es ja schon reichen, wenn du dadurch den Bugs drei Possessions wegnimmst. So wie es die Saints ja auch geschafft haben. Das waren ja direkt, ich glaube, zweimal ... Ich glaube, zweimal war es ja three and out für die Bugs Offense in dem Spiel. So in dieser Kategorie ungefähr. Und das darf Tampa halt nicht passieren. Also, ich glaube, für dich wäre der wichtigste Faktor, wie die Bugs Offense das Spiel angeht, könnte ich mir vorstellen. Für mich wäre der wichtigste Faktor die Performance tatsächlich der Bugs-Defense. Ich glaube tatsächlich, dass hier das Spiel entschieden wird, weil die braucht einen absoluten Sahnetag. Die braucht wieder so einen Tag wie in Woche Nummer sechs, dass du Rodgers Probleme machst, in welcher Form auch immer. Sei es mit dem Blitz oder tatsächlich mit einem Vormenrush. Dass du einfach genug anrichten kannst, dass diese Bugs Offense mehr Punkte letztendlich machen kann, je nachdem, wie sie es angehen. Ich traue halt einfach der Bugs Offense. Die steht für mich auf sehr wackeligen Füßen. Und wir sagen ja auch oft zum Beispiel, der Außenseiter muss es schaffen, den Favoriten irgendwie in den Shootout zu zwingen. Und das glaube ich halt hier tatsächlich eher nicht. Im Gegenteil. Die Bugs-Defense muss einfach diese Packers Offense so punktearm wie möglich halten, damit du mit dieser guten, aber inkonstanten Offense genug aufs Board bringen kannst, genug Feuerkraft erzeugen kannst, dass es am Ende reicht. Ich glaube, wenn du die Packers in den Shootout irgendwie bringst, weil deine Offense am Ende ... Ich glaube, da sind die Packers offensiv dann zu gut und zu gefestigt und die Flown zu gut, als dass du dann am Ende das Spiel tatsächlich gewinnen kannst, weil deine Offense in einem Shootout mehr Punkte macht. Wieso ich das eher auf die Bugs Offense setze, ist eben das, was ich am Anfang gesagt hatte in der Analyse, dass ich glaube wirklich ... Also, ich will jetzt nichts von der Bugs-Defense wegnehmen. Die haben super gespielt in dem Spiel. Aber ich glaube einfach, die Packers haben A, mehr Antworten auf das, was Tampa Bay macht. Und Rodgers war einfach schlecht in dem Spiel. Also, Rodgers war wirklich einfach schlecht. Und das war nicht nur, weil er viel unter Druck stand, sondern er war auch viel mit Schuld an dem Druck, den er kassiert hat. Und er hat einfach ein superschlechtes Spiel gespielt. Und das wird sich, glaube ich, nicht wiederholen. Und ich glaube, da kann die Bugs-Defense halt ... Selbst wenn wir sagen, die Bugs-Defense spielt ein super Spiel, der ist, denke ich halt, dass Rivers dann doch ... äh, dass Rivers dann doch, wenn er auf dem Level spielt, was er jetzt die zweite Saisonhälfte fast jede Woche hatte, dass das dann trotzdem noch zu gut ist dafür. Ich wollte es eigentlich schon vor ein paar Wochen in diesem Podcast sagen, ähm, als man das so richtig gemerkt hat. Es ist ein Problem für NFL-Teams, wenn Aaron Rodgers Spaß bei der Arbeit hat. Ja, kann man so sagen. Das ist wirklich ein Problem. Und das hatte er die letzten Jahre nicht. Definitiv nicht. Und dieses Jahr merkst du einfach, dass er Spaß daran hat. Er hat auch deutlich mehr Spaß als letztes Jahr. Ähm, und das siehst du auf dem Feld, das siehst du in den Interviews, die er gibt. Ähm, das ist wirklich ... Das ist wirklich ein Problem, wenn dieser Mann ... Es ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, hab ich manchmal das Gefühl. Ähm, aber wenn der Mann Spaß bei der Arbeit hat, dann ist es wirklich gefährlich. Also, wir halten fest, die Offense ... Äh, die Bucks können mit ihrer Offense das Spiel verlieren, wenn sie's falsch angehen. Mhm. Aber gleichzeitig mit der Defense auch gewinnen. Aber letztendlich gewinnen die Packers, oder wie? Und umgekehrt müssen wir ja fairerweise auch sagen, die Packers können's wahrscheinlich mit ihrer Offense gewinnen. Das ist halt, glaube ich, so der Takeaway. Also, die Packers ... Die Packers müssen das mit der Offense gewinnen, weil mit der Defense werden's nicht gewinnen. Richtig, sie müssen's auch, genau. Und wenn wir halt sagen ... Was denkst du, brauchst du in dem Spiel, um zu gewinnen? Wie viele Punkte, glaubst du, braucht man in dem Spiel? Glaubst du, einer geht über 30 oder reichen 30? Ich glaube, 30 ist eine gute Grenze. Ich glaube nicht, dass es so ein mega punktreiches Spiel wird. Dafür ist die Bucks-Defense dann insgesamt zu gut und die Bucks-Offense zu inkonstant. Ich glaube tatsächlich, die Mannschaft, die über 30 Punkte kommt, gewinnt. Ich glaube, das ist eine gute Grenze, diese 30-Punkte-Marke. Ja, das ist aber auch mein Empfinden. So ein 31-27 wäre so ein Ergebnis, was ich mir vorstellen könnte. Und selbst das vielleicht schon hochgeschätzt, weil eben wirklich Wetter, muss man auch bedenken, es soll jetzt wirklich dann, nachdem wir jetzt die letzten Wochen, dieses Jahr immer, ah, Schnee in Green Bay, und dann hat's eigentlich fast nie geschneit, bis auf ein oder zwei Mal. Nein, 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 Wetterfrosch Kröger hat im Livestream am Sonntag Sonnenschein und kein Niederschlag für Green Bay prognostiziert. Na, sieh's dir mal. Dann würde ich dich lieber anstellen. Ja, jetzt bin ich noch nicht vorbereitet aufs Wetter in Green Bay. Ja, diese Woche kann sich natürlich auch noch ändern, von Mittwoch bis Sonntag. Aber diese Woche minus acht Grad und Schnee ist so die aktuelle Prognose. Aber die Tagestop-Temperatur sind minus zwei Grad. Ja, könnte aber halt natürlich dann dahingehend ein Spiel sein, was vielleicht ein bisschen weniger offensiven Output hat. Wobei man auch logischerweise sagen muss, Tom Brady kann in kaltem Wetter spielen. Daran wird's nicht scheitern. Absolut, das hat er schon häufiger bewiesen. Aber wer gewinnt denn jetzt endlich? Die Packers, oder was? Ist das dein Tipp? Ich tendiere zu den Packers, ja. Ich find's eng, weil halt die Bucks so eine Wundertüte sein können. Aber dieses Saints-Spiel hat mich irgendwie ein bisschen runtergezogen. Also, ich kann aktuell nicht gegen die Packers tippen. Für mich das beste Team der NFL aktuell. Also, zumindest das Überzeugendste in den letzten ... durch die letzten Eindrücke. Also, wie die auch aus ihrer Beibeweg jetzt gekommen sind, ich fand das schwer überzeugend. Kommen wir zu Spiel Nummer zwei. Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills. Nummer eins gegen Nummer zwei der AFC. Das Top-Duell der Conference. Und es ist wirklich ... Du hast irgendwann mal jetzt vor ... War's? Browns gegen Ray ... Nee, Browns gegen ... Weiß ich gar nicht. Wo hast du noch mal gesagt? Das ist der Christoph Kröger-Bowl. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bei einem laufintensiven ... Ravens gegen Titans war's, glaub ich. Ravens-Titans, genau, ja. Jetzt kommt der Adrian Franke-Bowl. Franke vor allem. Das sind zwei Pass-Heavy-Teams. Du hast auf der einen Seite Andy Reid, der nach dem letzten Spiel sagt, every down is a passing down. Also ... Kann man ihn mehr mögen? Kann man ihn mehr mögen? Ich hab mich gefragt, was war feucht da? Die Augen oder ... Ich sag's jetzt nicht. Wie feucht waren deine Augen? Frag ich jetzt. Also, ich mag Andy Reid ja sowieso sehr. Und ... Also, auch als Typ. Ja, ja. Aber seine Football-Philosophie ist quasi eins zu eins das, was meine Football-Philosophie wäre. Wow. Jetzt noch ein Hawaii-Hemd und ein Schnorres. Und ... Könntest ... Für spätere Zeitpunkte im Leben. Hattest du schon mal ein Schnorres? Gibt es Fotos von dir? Nee, ich hab auch kein Hawaii-Hemd. Ich hab ja gerade neulich erst mir aus Spaß ... Ich hab meinen Bart mal abgenommen. Und dann ... Wollte ich mir, just for fun, einfach mal ein Schnorres stehen lassen. Es gibt wenige, die das können, muss man sagen. Ja, ich hab ja den bekannten Anti-Hitler-Bart, weißt du? Ich hab ja ... Bei mir wächst nix da, wo der Hitler-Bart wachsen würde. Bei mir wächst einfach nix. Deswegen sieht's ein bisschen komisch aus. Der Anti-Hitler-Bart. Sieht aus wie so ein ... Wenn du dann das runter so als Goatee stehen lässt, sieht's dann aus wie so ein Schwertgriff. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Das versteht mich. Ich gemal's dir nachher auf. Ja, bitte. Hawaii-Hemd hab ich auch. Sieht man auf meinem Instagram-Kanal. Da hast du doch noch Adrian ... Nee, was hast du kommentiert? Hier, Andy Reid-Verschnitt irgendwas. Hast du sogar, glaub ich, drunter geschrieben. Stimmt. Ja, siehst du mal. Weißt du, was du mir dieses Jahr zum Geburtstag schenkst? Modisches Vorbild für alle Football-Fans. Ähm, ich bin für euch da. Folgt mir für weitere Modetipps. Schamlos. Meine Analyse vom Rams-Spiel übrigens letzte Woche, meine einzige, glaub ich, war, dass die Sideline-Hoodies der Rams wirklich sehr, sehr gut aussahen. So ein ganz helles Grau. Super. Schick. Wie komm ich jetzt hier wieder zurück? Also, Adrian Franke-Bowl. Das ist mein Stichpunkt. Ja. Auf der einen Seite Andy Reid. Every down is a passing down. Auf der anderen Seite hast du aber die Bills. Und die Bills, ich hab's extra noch mal nachgeguckt. Im Spiel gegen die Ravens. Kannst du dich dran erinnern, wann in diesem Spiel auf Seiten der Bills der erste Run gecallt wurde? Der erste designte Run? Ja, es müsste so drei Minuten vor der Halbzeit gewesen sein, ungefähr, so die Ecke. Vollkommen richtig. Im fünften Drive, nach 21 Plays, haben die ihren ersten Run gecallt. Die sind den Ball nicht gelaufen. Ja, warum auch, wenn du gegen eine Front spielst, die halt super gegen den Run ist? Und viel von dem, muss man ja einfach auch mal sagen, viel von dem, was die Bills halt aus Empty machen, ist ja einfach halt ein erweitertes Run-Game. Also, wenn Josh Allen da den Ball drei Yards wirft, ist es halt eine effizientere Variante von einem Run-Game. Aber im Kern ist es eine Erweiterung des Run-Games gewissermaßen. Aber, also, ja, warum den Ball ... Du solltest den Ball schon weiter laufen als drei Yards. Zumindest weiter laufen als drei Yards im Schnitt. Na gut, aber wenn du das nicht schaffst, wahrscheinlich gegen so eine Ravens-Front, die halt viel besser ist, warum dann das versuchen? Ja, dass die Bills nicht laufen können, da sprechen wir gleich noch mal drüber. Letztendlich ist es wirklich einfach ... Das sind zwei passlastige Teams, zwei junge, talentierte Quarterbacks. Und auch hier noch mal eine kleine Nebenstory, bevor wir ins so richtig Sportliche gehen. Hoffentlich zwei junge, talentierte Quarterbacks. Bitte? Ach so, ja, gut, klar. Da sprechen wir gleich noch mal drüber. Es hängt natürlich viel davon ab, ob Mahomes spielen kann. Da werd ich gleich noch was zu fragen. Aber, jetzt mal vorgestellt, Mahomes spielt. 2017, NFL Draft, Pick Nummer 10. Wir erinnern uns, die Chiefs picken Patrick Mahomes. Woran sich die Wenigeren erinnern ist, das war ja gar nicht deren Pick. Sie haben ja auch getradet. Gut, das kriegt man noch aus der Erinnerung. Aber mit wem ist dieser Trade zustande gekommen? Mit den Bills. Mit den Bills. Die haben dafür Pick Nummer 27 bekommen und noch ein paar andere Drittrunden-Pick plus Erstrunden-Pick 2018, also ein Jahr später. Die Bills hätten durchaus auch Patrick Mahomes nehmen können. Haben sie nicht gemacht. Haben dann an 27 Joe Davies White ein Cornerback genommen. Ist jetzt auch nicht übel, aber kein Mahomes. Und ein Jahr später dann Josh Allen. Aber, ich sag mal so, wenn jetzt, wenn die, wenn Joe Davies White zum Beispiel eine Interception fängt von Mahomes und Allen sie in den Superbowl bringt, dann hat sich das zumindest teilweise ausgezahlt. Das finde ich noch mal, das habe ich so aufgeschnappt, dass man sich daran noch mal dran erinnert, dass auch die Bills durchaus die Chance hatten, Patrick Mahomes zu picken. Ja, jede Franchise theoretisch natürlich hätte da ja auch, die Chiefs kamen ja von, was kamen die hoch? 27? Ja, 27. Nee, nee, 27. Also außer sie haben einen Zwischenschritt gemacht. Nee, müsste 27 gewesen sein. Ja, 27. Und ich meine, wenn du von 27 hochgehen kannst, dann hätte auch ziemlich jedes andere Team hochgehen können. Insofern, klar. Ja, die Bills hätten gar nichts machen müssen. Aber gut. Letztendlich ist es Josh Allen geworden. Aber natürlich die große Frage bei diesem Spiel ist, kann Mahomes spielen? Und gerade die Siegchancen der Bills hängen natürlich auch an dieser Frage. Ja. Jetzt ist die Frage, also er ist ja, für alle, die es ... Doch, es haben alle mitbekommen. Er ist ja kurz weggetreten nach einem Tackling in dem letzten Spiel gegen die Browns. Ich glaube, Stand heute ist ja noch nicht zu 100 Prozent klar, ob er spielen kann. Nein, nein. Wovon hängt es ab? Was muss er für Tests machen? Wann steht es fest? Wie kann man es feststellen? Also, wann steht es fest? Meine Vermutung ist, dass wir es Freitag oder Samstag wissen werden. Es sei denn natürlich, er hat ein Setback. Dann wissen wir es schon früher. Also, er ist im Concussion Protocol. Das ist erst mal die Kern, das Wichtigste, was man wissen muss. Und da gibt es einen klaren Fahrplan. Der erste Schritt ist eben Ruhe. Dann zweiter Schritt ist leichtes physisches Training. Dann kommt Cardio-Training. Natürlich alles immer unter der Voraussetzung, dass eben keine Symptome kommen, wie Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Schwindel, so was. Dann die nächste Stufe ist Krafttraining, einfache Football-Drills und so weiter. Also, er wird heute, Mittwoch, wird er schon wieder leicht mit dem Team trainieren. Aber er ist trotzdem im Concussion Protocol. Und wenn er nicht alle Tests besteht sozusagen, all diese Stufen hinter sich bringt, ohne noch mal irgendwelche Symptome zu entwickeln, dann müssen ihm zuerst die Chiefs-Ärzte die Freigabe für das Spiel geben. Und die Entscheidung muss dann noch mal von einem unabhängigen Neurologen überprüft und bestätigt werden. Und dann erst steht fest, er kann spielen. Sprich, meine Vermutung wäre, wenn er spielen kann, wäre Samstag, dass es in die Richtung dann sich herauskristallisiert, vielleicht Freitagabend. Aber ja, dementsprechend müssen wir die Preview auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, vorsichtiger angehen, was die Chiefs auf uns betrifft. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, das haben wir ja gegen Cleveland sehr eindrucksvoll gesehen, dass Andy Reid den Ball auch wirft und auch seine normale Coaching-Entscheidung trifft, wenn Chad Hennie der Quarterback ist. Absolut. Also, Andy Reid, glaube ich, muss man da ganz viel Respekt zollen, was er da dann gemacht hat am Ende des Spiels gegen die Browns. Ich habe tatsächlich geglaubt, die Browns gewinnen das jetzt. Aber er hat einfach die dicksten Eier der NFL. Der Call war wirklich absolute Weltklasse. Wie sie auch zuerst so, alle stehen, sind nur so da, sieht so aus. Okay, die versuchen jetzt noch mal, ob sie die offside kriegen. Und dann nehmen sie die Strafe und punten oder keine Ahnung was. Oder sie nehmen die Delay-of-Game-Strafe und punten. Und dann kommt halt der Call. Und nicht irgendwie ein Run oder so was, sondern halt diese Sprint-Rollout und pass, Tyreek Hill komplett auf dem Spiel vorbei. Das ist halt ... Das machen nicht viele Coaches in der NFL. Kojones Call. Auf jeden Fall. Ja, trotzdem. Also, wir können natürlich zum Teil davon ausgehen, dass Mahomes spielen kann, aber ohne ... Lass uns erst mal das Szenario ohne durchspielen. Weil ja, das System von Andy Reid, Andy Reeds Playcalling, die ganzen Playmaker offensiv, alles super. Damit kannst du Spiele gewinnen. Ob das in den Playoffs dann reicht, hängt ein bisschen dann von der Performance natürlich von Chad Henni ab, dem Backup-Quarterback. Chancenlos sind sie trotzdem dann nicht. Aber Chad Henni wird mir gerade ein bisschen oder wurde mir nach dem Spiel ein bisschen zu sehr abgefeiert. Ja, er hat ein wichtiges First Down erlaufen. Und dann diesen ultrakritischen, aber ja auch super kurzen, eigentlich relativ einfachen Pass angebracht. Das ist toll. Der hat am Ende das Spiel den gewonnen. Aber was man nicht vergessen darf, er hat auch die hässlichste Interception des Jahres geworfen. Und wenn ich mir diese Szenarien über ein ganzes Spiel einfach mal vorstelle und hochrechne, dann sieht's am Ende nicht so gut aus für die Chiefs. Gegen eine bessere Defense als die der Browns. Absolut, eine viel bessere Defense. Ja. Also, die ist immer noch nicht super, aber die Browns-Defense ist secondary. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Das ist keine Frage. Wenn Mahomes nicht spielt, und ich bin im Moment echt so bei ... Das ist eine 50-50-Sache. Wenn er nicht spielt, dann, klar, dann sind die Bills auch klarer Favorit für mich, muss man definitiv so sagen. Die Waffen sind natürlich trotzdem da. Aber die Bills haben ja so ein paar, zumindest ein paar Antworten, könnte ich mir vorstellen, wie sie auf diese Waffen auch reagieren. Also, ich würd unter anderem Matt Milano hier nennen, der Linebacker, der gefehlt hat in dem Regular-Season-Spiel. Das kann ein enormer Unterschied sein gegen Travis Kelsey. Die Bills werden nicht viel Man-Coverage spielen, das machen sie eh nicht. Und gegen die Chiefs kann ich mir's noch weniger vorstellen. Und dann kommt's halt gerade gegen Kansas City maßgeblich darauf an, wie gut deine Linebacker und Safeties sind gegen die ganzen Crosser, die die halt laufen, mit Hill und Kelsey vor allem. Und da sind die Bills halt stark. Da haben sie die beiden Linebacker, da haben sie ein gutes Safety-Duo, ein sehr gutes Safety-Duo. Und wenn sie's dann halt noch schaffen, wirklich mit dem Four-Man-Rush Druck aufzubauen, dann wird's halt, glaub ich, echt schwer, wenn dein Quarterback nicht Patrick Mahomes ist. Also, wenn sie die so verteidigt bekommen, was die Match-Ups angeht, natürlich wird trotzdem da offensive Production bei rumspringen. Dafür sind die Waffen zu gut und dafür ist Andy Reid auch zu gut. Aber dann können sie die, glaub ich, schon signifikant limitieren. Und das hat eben funktioniert in diesem ersten Match-Up. Da haben sie Mahomes unter Druck gesetzt, ohne ihn zu blitzen. Was auch damit zu tun hatte, dass sie halt viele Spieler in Coverage hatten, viele auch in der Mitte des Feldes hatten. Und Mahomes den Ball sehr lange halten musste. Ich bin noch so ein Match-Up, individueller Match-Up-Aspekt, ich bin sehr gespannt, wie sie Tredavious White einsetzen. Ja, die Browns haben ja Denzel Ward ein paar Mal gegen Kelsey gestellt. Und einmal wurde er halt bei dem Touchdown brutal verbrannt. Das ist halt unfassbar, dass du da einen Tidant hast, der quasi als Ex-Receiver steht oder hingestellt werden kann. Und in dem Fall Tidant eins gegen eins gegen deinen Nummer-eins-Corner, der auch wirklich gut ist. Und der läuft halt eine Route und der Corner liegt auf dem Boden. Und der Tidant fängt den Ball und trägt ihn in die Endzone. War spannend zu sehen, weil die Browns halt Denzel Ward eigentlich fast nie nach innen ziehen. Da hatten wir auch vorher drüber gesprochen. Und bei den Bills und White ist es ähnlich. Ziehen den eigentlich selten nach innen. Das ist eigentlich immer ... Oder auch selten auf die andere Seite. Das ist meistens Outside, eben so ein Heavy-Scheme. Gegen die Chiefs kann das da so ein bisschen ein verlorener Posten sein, weil du dann ... Okay, du schaltest dann irgendwie Robinson oder auch Sammy Watkins, falls der wieder spielen kann, schaltest du dann irgendwie aus. Aber das ist halt nur die Option Nummer 4 oder so in der Offense. Insofern mal schauen, ob sie White da auch ein bisschen kreativ einsetzen oder ob sie dann eher sagen, White nimmt die eine Seite weg und dafür können wir mehr Ressourcen in die Mitte schieben oder irgendwie so was. Ja, du hast ja schon das Spiel angesprochen in Woche 6. Die Bills haben das ja super gemacht eigentlich, ne? Ja. Also, wenn du gegen die Chiefs nur 26 Punkte zulässt, hast du ein gutes Spiel eigentlich gespielt. Das Problem da war ja dann, dass die Chiefs plötzlich laufen konnten, durften, wollten. 275 Rushing Yards. Die Chiefs, dieses passlastige Team. Every down is passing down. Ich weiß mittlerweile nicht mehr so richtig. Wir sagen ja immer, die Bills machen das bewusst, die lassen das bewusst auch am Boden ein bisschen mehr zu. Alles schön und gut, aber gegen die Colts waren es wieder über 160 Rushing Yards, gegen Baltimore über 150. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nicht einfach ein bisschen Unvermögen ist in Sachen Run-Defense. Und jetzt ist natürlich die Frage, erstens, was erwartest du von den Bills grundsätzlich defensiv? Lassen sie es wieder so zu? Oder auch von den Chiefs offensiv? Versuchen sie es wieder am Boden dann auszunutzen? Also, in dem Spiel, mein, gegen andere Colts und so was ist nochmal eine andere Story, aber in dem Spiel fand ich was schon sehr klar, was sie machen wollten und auch sehr spannend, was sie machen wollten. Sie haben ihnen, also Next-Gen-Stats hat ihnen keinen einzigen defensiven Blitz attestiert in dem Spiel. PFF hat einen Blitz gezählt. Wenn wir nach den Next-Gen-Stats gehen, seitdem die das auswerten, seit 2016 zählen die auch so was wie Blitzes. Seitdem gab es es noch nie, dass ein Team ein Spiel mit einer Blitzquote von 0%, also ohne Blitz, beendet hat. Die Bills in dem Fall waren so und sie haben halt super viel tiefe Safeties gespielt. Ich hatte da auch ein paar Screenshots auf Twitter gepostet am Dienstag. So richtig viel, zwei tiefe Safeties. Sie haben ganz viel Quarters gespielt, also Cover 4 gespielt. Und dann das auch sehr zurückhaltend, viel Off-Coverage, die Cornerbacks nach hinten gezogen, die Safeties nochmal ein bisschen weiter hinten postiert. Und das haben sie eben gemacht, in meinen Augen, um zwei Sachen zu erreichen. Sie wollten einmal die Deep-Shots wegnehmen und eben sie wollten die Chiefs wirklich einladen, den Ball mehr zu laufen. Und beides hat so gesehen erst mal geklappt. Mahomes hat überhaupt nur zwei Bälle versucht, die tief waren. Die kamen halt beide an, das ist halt blöd gelaufen. Aber grundsätzlich war Tyreek Hill kaum ein Faktor in dem Spiel. Und dann vor allem eben, Kansas City ist den Ball 46 Mal gelaufen. Davon sieben Scrambles von Mahomes. Und wir müssen natürlich dazu erwähnen, dass der Plan dann so gesehen aufgegangen ist und du sicher besser fährst, wenn du Chiefs dazu bringst, das Spiel über das Run-Game aufzuziehen, als wenn sie es durch die Luft aufziehen können. Sie konnten halt den Run nicht stoppen. Und auf der einen Seite respektabel, dass sie dabei geblieben sind, weil sie halt sagen, das ist unsere Taktik. Auf der anderen Seite haben sie halt keine Antworten gefunden. Und das war das einzige Spiel in der Saison, wo Kansas City mehr Rushing Yards als Passing Yards hatte. Es war nach DVOA das schlechteste Spiel der Bills Run-Defense nach dem Spiel gegen Arizona. Da waren sie noch schlechter in der Run-Defense. Danach kam dieses Chiefs-Spiel. Und insofern, glaube ich, kann man argumentieren, dass der Plan in der Theorie gut ist gegen Kansas City. Die Big Plays wegnehmen, Chiefs zu langen Drives zwingen. Und wenn sie am Ende den Ball, du hast ja gesagt, 26 Punkte, wenn sie den Ball am Ende mehr laufen als werfen und 26 Punkte machen. Ich glaube, das unterschreibst du jedes einzelne Mal gegen Kansas City. Insofern, ja, die Frage, ob sie es halt noch mal so probieren wollen. Naja, also sie haben das Spiel ja nicht verloren. Also in meinen Augen nicht verloren, weil sie 245 Run-Rushing Yards zugelassen haben. Sondern, weil sie selber nicht mehr Punkte gemacht haben. Du musst, wenn du die Chiefs schon bei 26 Punkten hältst, dann musst du schon in der Lage sein, mehr zu machen. Und normalerweise sind die Bills in der Lage, mehr zu machen. Aber die hatten in dem Spiel nur 200 Offense Yards insgesamt. Weniger als die Chiefs' Rushing Yards. Und so gewinnst du dann halt letztendlich nicht. Das ist der Punkt, genau. Der Gameplan wäre ja sozusagen, war ja so gesehen allumfassend. Zu sagen, wir nehmen in Kauf, dass die Chiefs lange Drives machen müssen. Okay, sie werden den Ball laufen können. Natürlich kalkulierst du nicht ein, dass sie für 244 Yards laufen. Aber selbst wenn du sagst, wir kalkulieren 200 Rushing Yards ein, wenn sie dafür den Ball mehr laufen als werfen, nehmen wir das. Aber klar, dann muss auf der anderen Seite des Balls müssen halt mehr als dann 20, 25 Punkte stehen. Genau, und das ist der Punkt für die Bills. Was müssen die, auch vor allem im Vergleich zu ... Ja, auch zu letzter Woche. Das war ja auch nicht so beeindruckend in der Offense. Aber auch vor allem im Vergleich zu dem Duell in Woche Nummer 6. Was müssen die offensiv besser machen? Weil diese Chiefs' Defense, die ist ja deutlich ... Also, die ist ja offensichtlich schlagbar. Ich meine, das haben wirklich dezimierte Browns in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass da was gehen kann. Ja. Im Kern ist es eine langweilige Antwort, aber im Kern müssen die Bills das machen, was sie sowieso machen wollen, glaube ich. Und das ist eben das Feld in die Breite ziehen, den Ball werfen, Allen klare Reads geben. Die Chiefs haben das defensiv sozusagen das Gegenteil von dem, was die Bills gespielt haben in dem direkten Duell. Die haben Josh Allen viel geblitzt, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde gegen diese Offense mit der Wide Receiver-Power. Aber für Kansas City in dem Matchup hat es ganz klar funktioniert. Sie haben ihn fast bei der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Und Allen hat nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht gegen den Blitz, hat 3,4 Yards pro Pass gegen den Blitz gehabt. Und es waren dann auch viele Plays, wo er den Ball hält, versucht, irgendwie noch aus der Pocket rauszukommen, versucht, irgendwie das Play zu verlängern und es halt nicht geschafft hat. Und dann den Ball entweder wegwirft oder halt irgendwie noch was versucht und dann ist es halt eine Incompletion. So gab's ganz viele Szenen. Und das wird spannend sein zu sehen, wer da welche Anpassungen vornimmt. Weil Buffalo hat offensiv seitdem definitiv noch mal ein, zwei Schritte nach vorne gemacht. Auch Allen selbst definitiv besser. Deswegen meine ich halt, die langweilige Antwort ist, von der Herangehensweise aus Bills Sicht musst du, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel anders machen. Aber, oder sagen wir es mal so, womit hatten sie Erfolg in dem Spiel, wenn sie offensiv den Ball bewegen konnten? Das war vor allem 10 Personnel, also ein Running Back, kein Tide, ein 4 Receiver, Defense in die Breite ziehen und dann Allen den Ball schnell verteilen lassen. Blitzer, Presnap besser erkennen, all diese Geschichten. Ich glaube auch, das ist gerade dem Spiel, ich glaube, dass Cole Beasley unheimlich wichtig sein wird für die Bills. Weil es ist gerade, wenn sie so spielen, ist er halt derjenige, der oft so diese Mitte des Feldes öffnet, mit Option-Routes. Ja, die Linebacker auch attackieren kann, ne? Genau, ja. Und dann ein anderer Punkt eben war, im Vergleich auch zu dem Spiel, Offensive, habe ich gerade gesagt, besser, Allen besser. Die Offensive Line spielt auch viel besser. Und da habe ich jetzt unter der Woche was Interessantes gelesen, was ich auch nicht wusste. Nämlich, dass John Feliciano, der Right Guard der Bills, dass der maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, die Protection Calls an der Line of Scrimmage anzupassen. Sprich eben auch, Blitzer zu reagieren. Und wenn ich das so, auf Blitzer zu reagieren. Und wenn ich das so sage, dann könnt ihr euch schon denken, dass der in Woche 6 nicht gespielt hat. Der war da nicht mit dabei. Okay. Insofern glaube ich tatsächlich, selbst wenn die Chiefs ... Oder sagen wir es anders. Ich glaube, die Chiefs müssen defensiv anders auftreten, als in dem Woche 6-Spiel, obwohl sie da sehr viel Erfolg hatten mit ihrer Herangehensweise. Weil die Bills einfach offensichtlich viel, viel besser spielen. Naja, das darf man nicht unterschätzen. Also, du hast jetzt gesagt, auf Blitzer reagieren. Aber es ist ja vor allem auch das Pre-Snap, die Blitzer zu identifizieren. Dass es jemand in der Offensive Line gibt, der einfach ein gutes Gespür dafür hat, ein gutes Auge dafür hat, wer könnte kommen. Und dann auch noch mal die Protection irgendwie leicht anpassen. Das darf man nicht unterschätzen, was das für einen Unterschied ausmachen kann. Ja, ganz genau. Und dann wäre es super spannend, falls die Chiefs sich noch mal für so einen Blitz-heavy-Gameplan entscheiden, ob sie damit so erfolgreich sein können. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass sie damit nicht so erfolgreich werden dieses Mal. Deswegen könnte ich mir auch eher vorstellen, dass wir mehr Too-High-Looks, Pre-Snap sehen und dann immer wieder nach dem Snap da raus rotieren. Allen, die Reeds erschweren. Gerade halt Tyron Matthew als so diesen Ballhawk über die Mitte des Feldes nutzen, was wir ja auch gegen Cleveland unter anderem bei der Interception gesehen haben. Das ist auch so einer, der in der Post-Season richtig auftritt. Letztes Jahr auch schon, dieses Jahr wieder. Absolut. Ja, für mich tatsächlich auch ... Also, klar, du hast Chris Jones, der natürlich unheimlich wichtig ist als so der einzige konstante Pass-Rusher. Aber Matthew ist für mich der wichtigste Spieler in der Chiefs. Er war auch letzte Woche zum Beispiel fast das komplette Spiel kaltgestellt, bis dann gegen Ende hatte er seine Plays. Genau, und die Gefahr sehe ich halt so ein bisschen auch hier, gerade wenn die Bills viel in Spread und Empty gehen. Und Matthew ist für mich tatsächlich der wichtigste Spieler in der Chiefs-Defense. Und ein Duell, das dann noch so als letztes individuelles Match-Up, glaube ich, klar, wie sie Dix in Man-Covered spielen wollen und so, das wäre dann eine andere Frage. Aber ich glaube, ein Duell, was einmal unheimlich unterhaltsam wird und aber auch auf der Seite des Balls ganz kritisch für den Ausgang des Spiels werden könnte, ist tatsächlich Ljarius Sneed im Slot gegen Cole Beasley dann. Weil Sneed hat eine super Rookie-Saison gespielt. Aber Beasley war einfach der beste Slot-Receiver, also reine Slot-Receiver in der NFL dieses Jahr. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn Patrick Mahomes nicht spielt, dass die Chiefs das nicht gewinnen. Glaube ich auch, ja. Also, weil, ja, das war ein bisschen wackelig von den Bills letzte Woche, dafür defensiv einen guten Job gemacht. Klar, auch wenn Lama Jackson dann irgendwann raus ist, aber defensiv einen guten Job gemacht. Die haben da einige Playmaker auch, die dann gerade einen Chat-Henny, glaube ich, vor Probleme stellen können. Da auch mal eine Interception dann auch mal in die Endzone tragen können, haben wir auch bei den Bills ja gerne mal gesehen. Also, wir haben jetzt, glaube ich, ich glaube, das kam auch ganz gut raus, dass, was das für ein X-Faktor einfach ist. Klar, Patrick Mahomes ist ein X-Faktor. Klar, ja. Tell me more. Aber in diesem Spiel vor allem. Ich glaube, dass du mit Chad Henni gegen die meisten Teams in der NFL mit den Umständen, mit den Surroundings, mit dem Coach und so weiter Spiele gewinnen kannst. Aber mit der Defense wiederum, in diesem Spiel gegen diese starken Bills, glaube ich, gewinnst du mit Chad Henni nicht dieses wichtige Spiel. Nee, dann wär's, wenn das am Ende so, wenn Henni am Ende spielt, dann wär's tatsächlich eben nur die Frage für mich, ob Josh Allen irgendwie so ein Meltdown-Spiel hat. Das, was wir ja zum Start der Playoffs mal so in den Raum gestellt hatten hier letztes Jahr und so, aber hat er halt dann auch nicht. Also, er war gegen die Colts halt super und gegen die Ravens, gegen eine sehr schwierige Defense war's in Ordnung. Genau, ich bin da auch schon ein bisschen weg davon. Also, ich glaube, hatte ich's nicht im Livestream gesagt, dass ich Josh Allen weniger vertraue als du? Ich glaube, da hatten wir mal prozentual so drüber gesprochen, dass ich mir immer noch so ein Meltdown-Spiel vorstellen kann. Aber gegen diese Defense kann ich's mir nicht vorstellen. Gegen die Ravens-Defense, da konnte ich's mir vorstellen. Aber nicht gegen die Chiefs-Defense. Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Weil bei den Ravens hab ich halt schon die Gefahr gesehen, dass die mit der Art und Weise, wie sie halt spielen und wie sie eigentlich immer spielen, dass sie damit halt Buffalo so ein bisschen in die Karten spielen, gewissermaßen. Weil's halt genau das ist, was die Bills eigentlich haben wollen. Ich glaub, die Chiefs können, obwohl sie natürlich viel weniger individuelle Qualität haben als die Ravens, ich glaub, die Chiefs können tatsächlich unangenehmer sein für Buffalo. Also, letztendlich hängt für die Chiefs sehr, sehr viel davon ab, ob Patrick Mahomes spielen kann oder nicht. Und selbst wenn er spielen kann, ähm, ich glaube, ähm, heute am Mittwoch soll er wieder trainieren. Wird zumindest erwartet, dass er wieder trainiert. Also, ist jetzt nicht so, dass er die ganze Woche aussetzen muss. Mhm. Aber selbst wenn er spielen kann, würd ich es nicht als ... als sichere Nummer irgendwie abstempeln, dass die Chiefs hier in den Superbowl kommen. Die Bills an einem guten Tag können sowohl defensiv den Chiefs Probleme bereiten, als auch offensiv komplett über diese Defense walzen. Wenn Josh Allen einen richtig guten Tag hat, ich möchte es nicht ausschließen, aber die Chiefs sind natürlich, ähm, Favorit. Aber auch nur bei den Buchmachern mit drei Punkten Vorsprung. Natürlich, weil noch unsicher ist, wer Quarterback spielt. Genau. Wenn morgen die Meldung kommt, und Mahomes spielt nicht, wird sich das definitiv ändern. Da geh ich fest davon aus. Also, du tippst auf die Chiefs, wenn ich das richtig raushöre. Ja. Ja. Ich denk, dass die Chiefs es gewinnen, aber ... Boah. Also, ich find ... Und das ist ja super. Ich mein, so soll's ja auch sein am Championship Sunday, dass wir zwei absolute Topspiele haben. Und gerade aus offensiver Sicht sind's halt vier der fünf, sechs besten Offenses dieser Saison. Ja, ich hätte eigentlich anstelle der Bucks eine andere Mannschaft gern gesehen. Wisst ihr alle, mein Superbowl-Tipp mit den Saints. Ist natürlich hinfällig. Apropos. Ähm, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich hab bei Twitter schon großkotzig angekündigt, dass ich ja schon meine Bold Prediction getroffen habe. Die Bills waren ja meine Nummer eins Bold Prediction. Ich hab gesagt, beziehungsweise ich sag noch nicht, was ich gesagt hab, denn ich hab noch mal reingehört. Und ich hab es mitgeschnitten. Kann da noch was dran. Weil ich selber noch mal sicher gehen musste, was ich letztendlich gesagt habe. Oh, da muss ich schneiden, weil er spielt es grad nicht ab. Ich weiß auch, warum er es nicht abspielt. Moment, das haben wir gleich. Das geht ganz schnell. Jetzt. Die Buffalo Bills zerstören die elfjährige AFC East Serie der Patriots und werden die Division gewinnen. Aber nicht nur das. Sie schaffen's auch ins Conference Championship Game. Und wenn du jetzt sagst, das ist nicht bold genug, dann sag ich, und da sorgen sie für die große Sensation und schlagen die Chiefs und ziehen in den Super Bowl ein, nur um gegen die Saints dann zu verlieren. Das find ich bold genug, weil's spezifisch ist. Also, weil du halt sagst, sie kommen ins Championship Game, schlagen die Chiefs und gehen dann in den Super Bowl so. In der Konstellation find ich's bold genug. Einfach nur ins Championship Game. Okay. Also, wär natürlich überraschend. Okay, aber nicht bold genug. Gar nicht schlecht, oder? Das ist wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Respekt. Nur das mit den Saints hat halt nicht so ganz hingehauen. Ja, gut. Aber das haben wir ja, wenn ich das richtig verstehe, haben wir das auch nicht mehr aufgefasst. Das haben wir nicht mehr aufgefasst. Aber sie müssen jetzt, damit ich die Bold Prediction wirklich treffe, müssen sie jetzt die Chiefs schlagen. Aber so weit ist es schon. Das find ich, ah, da muss ich schmunzeln. Das ist schon nicht schlecht. Also, ich glaube, wie gesagt, wenn Chad Henni spielt, dann gewinnen sie das auch und kommen in den Super Bowl. Wenn Mahomes spielt, würde ich, glaube ich, bei den Chiefs bleiben. Aber die Bills können das auch gegen Mahomes gewinnen. Das glaube ich schon. Und wo wir gerade hier beim Tippen sind, kommen wir zu unserer allwöchentlichen Rubrik. All or Nothing. Ja, da steht es jetzt 9, 9 und 3. Dominik von Football R und ich haben neun richtige Tipps. Du düppelst weiter bei drei richtigen rum. Was hatte ich letzte Woche getippt? Ravens. Ravens. Ich hatte die Rams. Und gut, die Rams hatten keine Chance. Und Dominik hat seinen Rückstand wieder aufgeholt. Ist jetzt wieder punktgleich, dank der Bugs. Jetzt sind ja nur noch zwei Spiele. Da haben wir gesagt, okay, jetzt macht's keinen Sinn, den Außenseiter, beziehungsweise haben drei Leute, zwei Teams zur Auswahl. Jetzt geht es darum, einfach sich auf ein Team festzulegen, das gewinnt. Weil das ist gerade bei den beiden Spielen ja total offen, weil es können ja wirklich alle vier Teams gewinnen. Also, klar. Und deswegen können wir aus dem Vollen schöpfen. Alle vier Teams stehen zur Auswahl. Welchen Tipp hat sich Dominik denn überlegt? Wo ist er sich ganz sicher? Ja, Dominik hätte, glaube ich, so wie ich das sehe, auch mit der Regel seinen Tipp einreichen können, weil er tippt auf die Buccaneers bei den Packers. Du bist ja, wie gesagt, hast keine Chance mehr zu gewinnen oder den zweiten Platz zu holen. Aber was tippst du denn? Was ist denn so dein Ehrenrettungstipp? Ja, ich glaube, wenn ich eins, wenn ihr ein Team halt auswählen muss, wo ich sage, da bin ich am überzeugtesten, dann ist es genau die Gegenseite, nämlich die Packers gegen die Buccaneers. Ja, ich hatte gehofft, dass du ein anderes Team nimmst, aber ich muss da, es doppelt sich dann. Ich würde gerne die Bills nehmen, dann wäre es auch der Außenseiter, aber da wir halt noch nicht wissen, ob Chad Henni spielt oder nicht. Wenn Chad Henni, wenn es feststehen würde, dass Chad Henni spielt, würde ich hier auf jeden Fall die Bills nehmen. Aber ich bin mir einfach bei den Packers am sichersten, dass die das gewinnen und in den Superbowl kommen. Deswegen nehme ich auch die Packers, aber da es zwischen uns ja sowieso keine Entscheidung mehr gibt. Aber dann ist besonders das erste Spiel spannend zwischen Dominik und mir. Stimmt, ja, direkt. Da kann es sich dann entscheiden, weil er nimmt die Bucks, ich nehme die Packers. Und dann im Superbowl kann man auch noch mal treffen und dann ist die Saison auch schon vorbei. Was gibt es noch zu sagen? Das waren auf jeden Fall unsere Previews auf die Conference Championship Games. Du kommentierst das frühere oder späte Spiel bei The Zone am Sonntag? Chiefs gegen Bills, also das späte. Das späte Spiel, ich habe gar nicht gesagt, wann es anfängt. 0.40 Uhr ist Kick-Off deutscher Zeit. Schaltet gerne da mal bei The Zone ein und hört euch das an, was Adrian zu sagen hat. Mit wem kommentierst du zusammen? Mit Martin Pfanner wieder zurück in altbekannter Besetzung. Altbekannter Besetzung, sehr schön. Da freuen sich einige, das weiß ich. Folgt uns gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Nein, wir haben noch kein Clubhouse. Adrian hat kein iPhone. Ich würde sagen, das wird auch noch eine Weile dauern. Ja, ich habe schon Einladungen bekommen, aber ich habe es noch nicht runtergeladen und noch nicht reingeguckt. Und ich denke halt auch für Podcast-Leute, die einen Podcast machen, ihr sollt diesen Podcast hören. Und nicht uns live dabei zuquatschen. Genau. Das ist irgendwie ... Wenn wir live gehen wollen, dann gehen wir halt irgendwie auf Instagram oder YouTube. Wo alle zugucken können. Genau, wo du halt nicht ein Apple-Gerät und eine Einladung brauchst, um zuzuhören. Ja, aber Exklusivität macht interessant. Apropos Exklusivität, es gibt einen exklusiven Discord-Channel von Downset Talk. Da könnt ihr reinkommen oder da kommt ihr rein, wenn ihr uns bei Patreon supportet. Feel free to do it. Ich glaube, das war es für diese Folge, für diese Woche. Es hat auch wieder fast zwei Stunden geworden. Naja, nicht ganz zwei Stunden. Aber es waren halt die News. Stunde News auch, Stunde News. Ja, fast eine Stunde News, aber ich hoffe, es war interessant. Lasst uns gerne Feedback da, weil Coaching-Themen, da kann man gut drüber diskutieren. Und es waren halt vor allem einige. Einige Personalentscheidungen. Und die wollen wir dann natürlich auch alle mit dabei haben. Ich wünsche euch ein wunderbares Playoff-Wochenende. Genießt es. Nur noch zwei, nur noch drei Spiele. Zwei Wochen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.